Geht was, geht Leute, ausgeschlafen, willkommen zu einer neuen Live-Stune, und zwar heute gibt es wieder einen neuen Skin Cup in Fortnite, wo man sich einen exklusiven Iconic Skin kostenlos freischalten kann, Leute, und wir werden heute natürlich live dabei sein, wir müssen unter den Top 1800 Spielern sein, um diesen Skin zu bekommen, Leute, letztes Mal haben wir Platz 256 erreicht, und heute wollen wir natürlich probieren, Platz Top 50, Top 50, Leute, Top 50 ist heute auf jeden Fall Ziel, würde ich feiern, mal gucken, ob das wird, Leute, ich hoffe, ihr seid ready für den heutigen Stream, ich habe richtig Bock, wo ist eigentlich meine Mütze hin, Leute, ich weiß nicht, wo meine Mütze hin ist, heute, wo ich stream ohne Mütze, ich habe keine Ahnung, wo die hin ist, ich weiß nicht, wo ich die hingelegt habe, keine Ahnung, sehe ich aus wie ein Räuber, Leute, hier, sehe ich aus wie ein Räuber, ist egal, ich würde auch sagen, wir gehen nicht lang schnacken, direkt rein in den Nacken, Leute, wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, um uns ein bisschen warm zu spielen, ich habe heute noch gar nicht gezockt, ich habe heute GTA gespielt, Golf habe ich gespielt, und jetzt spiele ich Fortnite, also Golf am PC, wisst ihr, was ich meine? Ey, Freezy, Junge, Zehner, oha, Robin und, ey, was macht, sag mal, dreht ihr hier durch, oder was? Freezy und Robin drehen jetzt hier durch, Junge, was soll denn das hier, was soll denn das hier? Ja, sagt mal ganz ehrlich, Jungs, das geht so nicht. Kuss geht raus für die Zwacken hier, und, Schliego, eins, danke, ey, was ist hier los? Was ist der Weg? Aha, aha, okay, Leute, wir sind drinnen, bum, 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 äh, ich würde sagen, wir landen heute wieder bei, äh, Synapse Station, Leute, Synapse Station, das war eigentlich schon mal Baba gewesen, war ein guter Ort gewesen, Ich bin fit, die Stimme ist ein bisschen weg, Leute, ich habe so viel heute rumgeschrien wieder den ganzen Tag, die Stimme ist schon ein bisschen weg, aber wie schicken wir trotzdem, wenn wir den Cup gut, äh, also, ich sage euch ehrlich, Leute, ist der Cup Solo, nein, ist Duo, ich spiele mit Mignub, der Legende, ich warte nur, ich hoffe, Mignub konnte, ich schreibe mal Mignub direkt, der soll heute eigentlich zu spät kommen, dass wir noch ein, zwei Practice-Runden machen, ich schreibe ihn direkt, ich schreibe ihn direkt, wir haben heute, Leute, Lofty meint, der Play ist besser wie wir, 500-Euro-Wette gegen Lofty. Ey, Bro, komm, nicht so spät, zwei Runden vorher üben, bum, zack, ich würde dir wirklich gute Placements machen, wir dürfen nicht zu wild spielen, Ben, Junge, danke für die 5 Euro, Klumpenzort, 50, danke dir für dein, äh, Sub hier, Maylocks, auch, danke dir für Paulberger Sub sogar, Kuss geht raus, ich weiß gar nicht, Leute, äh, ich könnte es mir gut vorstellen, ne, dass eventuell sogar die Kipp-Welt-Waffen verfügbar sein werden, aber keine Ahnung, mal schauen, lege 1 Euro drauf, dass du gewinnst, das ist schön, äh, jetzt Movie-Time, ey, Movie-Time, du brauchst mir ja gar nicht auf den Keks gehen, ich habe echt die letzten Tage gar keine Zeit gehabt, äh, äh, sorry, Bro, aber ich kümmere mich drum, dass ich dir noch schreibe, ey, Dana-Junge, ey, du bist jetzt, äh, hast jetzt die Krone, ne, ist auch neu, krass, Glückwunsch. 32 Grad, Scheiß drauf, Leute, Klimaanlage läuft, wer keine Klimaanlage hat, Geringverdiener, so ein Ding ist das, Spaß, aber ich habe eh Klimaanlage, Leute, mir ist das egal, ich sage euch ehrlich, ich war die letzten Tage nicht einmal draußen gewesen, ich habe den ganzen Tag gezockt, juckt mich gar nicht, kennt man auch gar nicht anders, ich habe wirklich den ganzen Tag gezockt, ist mir egal, ob draußen 50 Grad sind, Leute, hier wird geballert, Junge, jeden Tag wird gezockt, das ist das geile, Freunde, ne, wenn man YouTube macht, man kann einfach den ganzen Tag zocken, das ist echt, also das ist ja wirklich ein sehr, sehr krasser Vorteil, muss man sagen, man kann den ganzen Tag einfach in Unterhose vorm Computer sitzen und Fortnite ballern, das ist nice, sage ich ehrlich. Ja, deine Klimaanlage steht noch im Keller, die würde ich längst mal rausholen hier, Junge. Ja, ich sage euch ehrlich, auch wo ich hier, äh, äh, Klimaanlage einbauen lassen habe, das war das Beste gewesen, das war die beste Entscheidung der Welt, Freunde, es ist wirklich egal, wie das Wetter draußen ist, man kann einfach den ganzen, man kann den ganzen Sommer entspannt zocken, wisst ihr euch meine? Ohne schwitzige Hände, ohne sonst was. Kommt hier. Also, der einzige Nachteil ist, man wird nicht so braun, halt, wenn man den ganzen Tag drin hockt, ne? Was war das für einer? Denen ging es gar nicht gut, bro. Denen ging es nicht so gut, Leute. Draußen, Leute. Spot, bro. Heck mit dem. Der denkt, oh ja, kann mich snipen. Stark, starke Hits, bro. Stark Hits, Kappi. Ja, man merkt, das läuft, Leute. Man merkt, man merkt, der ist warm, der Junge. Man merkt, der ist hungrig. Das wird hier unser Ort sein, Leute. Zack, sign up station. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber hier kommt immer meist ein Team mit, ne? Besonders auch wieder, wenn Tri dann unterwegs ist. Heute wieder ein Carrying lassen. Ey, Bro, Dave Knight, halt deine Klappe, bro. Halt einfach wirklich deine Klappe. Wie kann man im Duo jemanden Carrying? Geht gar nicht, aber okay. Ey, Dave Knight. Du wirst wieder Platz 50.000 machen und wirst dein Rumor... Ah, ich bin zu schlecht. Ich bin Dave Knight, ich bin zu schlecht. Du kannst gar nichts. Ich bin Dave Knight und bin zu schlecht in Fortnite. Ich bin Dave Knight, ich zock den ganzen Tag Fortnite, aber ich krieg trotzdem nichts gebacken. Okay, Bro, das war strange. Ich bin Dave Knight, ich zock 24 Stunden Fortnite, aber treff die Gegner nicht. Und just in Arena auch nicht so richtig. Aber dann komm ich bei Stani im Stream und sag, er lässt sich Carrying. Also, Dave Knight, ich wette, du kriegst dich mal den Skin. Ich sag dir ehrlich, Dave Knight. Also, ich sag dir ehrlich, Dave Knight, ich wette, du kriegst dich mal den Skin. Ich wette wirklich, du kriegst dich mal den Skin. Oder du wirst gar nicht antreten, weil du weißt, dass du gar keine Chance hast. Sag rankern, Bro, du wirst auch nicht den Skin kriegen. Also, du brauchst dich gar nicht probieren, dann bist du zu schlecht für. Sag rankern, Junge. Du brauchst da gar keine Ansagen machen. Ich predikte heute, wer den Skin alles kriegen wird. Ich werde den Skin kriegen. Mignob wird den Skin kriegen. Und das war's. Lofty wird den Skin nicht kriegen mit Pean Strafe. Das kannst du komplett vergessen. Also, ich glaube, Lofty wird wieder den hier machen. Also, ich zeig euch jetzt mal, ist Lofty gerade im Chat drin, ne? Das ist das, äh, ich zeig euch jetzt mal originales Footage von Lofty, wenn er Fortnite spielt. Wenn, originale Footage von Lofty. So. Ey, Pean Strafe, da hinten ist ein Gegner. Da hinten am Baum ist ein Gegner. So, Lofty will auf den Gegner schießen. S1, S1. So. Jetzt zeig ich euch, wie SU spielt. Ganz einfach, wie SU spielt. Ey, Stunny. Stunny. Stunny, komm. Stunny, komm. Stunny, äh, ich muss weg. Stunny, ich muss erst mal abhauen. Stunny, ich muss mich wiederbeleben. Äh. Ja, SU, kannst du mal bitte kommen? Ich fighte gerade gegen zwei. SU, komm mal bitte. Nee, ich muss mich, nee, ich muss Heal aufmachen. Ich muss Heal aufmachen. Ich, äh, guck mal, stellt euch vor, das wäre ein Gegner. Wie würde SU gegen den Gegner fighten? So. So, ich zieh's jetzt. Der ist won. Der ist won. Der Gegner ist won. Gegner ist won. Stunny, komm, rette mich. Stunny, rette mich. Stunny, bitte rette mich. Stunny. Oh, Alter, die Rede geht hier ab. Stunny, rette mich. Stunny. So, und dann komm ich und mach den hier. Boom, boom. SU down. Nein, nein, nein. Oh, ich hab's verkackt, Leute. Ich hab's verkackt. Das war, das war nicht ganz, äh, realitätsnah nachgespielt. Ich zeig euch jetzt nochmal, wie es, ich zeig euch jetzt mal wirklich, wie realitätsnah das wäre. Wie SU spielen würde mit mir. Okay, ich zeig euch das einmal kurz. Wartet. Ich brauch kurz Mini-Moon einmal. Ich brauch einmal Mini-Moon und dann, äh, hört ihr das, Alter? Hier geht richtig die Poster bei mir. Kriege ich auf einmal hier Alarm im Darm, Leute. So, das hier mitnehmen. Ja. Das tun wir auch noch mit. Also auch mal, boah, wie viele Splashes hier rumliegen, ne? Krass, Alter. Oh, scheiße, wir müssen in die Zone, Leute. Zone. Alarm. Alarm. Das Schlimme ist ja, ihr denkt, dass es Roleplay ist, was ich mache. Das Schlimme. Okay. Oh mein Gott. Guck mal, da ist ein Gegner. SU würde jetzt, da ist ein Gegner, ne? Wisst ihr, was SU jetzt machen würde? Stani. Stani. Hier ist ein Gegner. Stani. Hier ist ein Gegner. Äh, hilf mir mal. Hilf mir mal, Stani. Stani. Hilf mir. Äh, ich muss wegrennen. Er schießt auf mich. Ich muss in mein Zuhause rennen. Er schießt auf mich. Stani. Hilf mir. Und dann komme ich so, dann komme ich so. Ja, okay. SU, ich komme. SU, ich komme. Warte. SU. Und dann, SU, schießt auf den Gegner. Okay, ich schieße jetzt auf den Gegner. Äh. Und dann sage ich, ey, SU, du hast mir den Kill geklaut. Nee, ich habe den nicht geklaut. Ich habe 50 Damage gemacht auf den Gegner. Das wäre SU. Naja, schade. Was soll man dazu sagen? Der ist da. Gut, oder was? Hier, erstmal. Der ist aber, glaube ich, gar nicht gut drauf. Ich habe ja schon eine Krone. Boah, Kipp-Welt-Dinger hier. Boah, die Kipp-Weltwaffen sind so stark, glaube ich, sage ich ehrlich. So, soll ich euch mal zeigen, wie Dave Knight spielt? Soll ich euch mal zeigen, wie Dave Knight spielt? Okay, ich zeige euch, wie Dave Knight spielt. Wartet gleich. Ich zeige es euch. Ich zeige es euch. Jo, Leute. Jo, Leute, heute. Nee. Hi, Leute. Heute wieder hier streamen bei mir, Dave Knight. Und, ähm, jo, Leute, wir spielen heute hier den O-Bit Cup. Stani lässt sich ja wieder carryen. Ähm, und ich bin ja ein ganz normaler Content-Creator. Und Stani lässt sich wieder carryen. Das finde ich unfair. Ähm, ja, okay, wir probieren heute mal uns 10 Kosten. aus dem Skin zu holen. Ähm, gut, Leute. Dann spielen wir jetzt hier. Wir machen hier unsere Autofahrtaktik. Wir fahren mit Auto rum. Tü, tü, tü. Oh, die schießen auf mich. Oh, ich bin nur Content-Creator. Stani lässt sich wieder carryen. Äh, ich muss, ich muss abhauen. Äh, scheiße. Und wenn, äh, jetzt, jetzt würde Dave Knight einfach rausgehen. Jetzt würde Dave Knight einfach die Runde verlassen. So, wisst ihr, ich meine, das hat ja gar keinen Sinn. Also, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie weiter zu sein. In dem Fall würde er jetzt einfach die Runde verlassen und aufgeben. Und würde halt sich beschweren, dass Stani sicher carryen lässt. Hä? Äh. Äh. Bro? Äh. Dem ging's gar nicht gut, würde ich mal sagen. Dem ging's gar nicht gut. Dem, äh, Leute, ging's. Da war irgendwie ein paar Probleme entstanden. Hä, was war denn das? Äh, gut, jetzt haben wir, soll ich noch jemanden nachmachen? Vielleicht, wenn ihr noch jemanden habt auf der Liste, Leute. Dann kann ich noch, äh, jemanden nachmachen. Das war Dave Knight in seiner Prime. Hahaha. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Marcin, Junge. Alter. Alter. Marcin, Junge. Ei, 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 ei. Du sollst ja ihm nicht komplett die Ehre nehmen. Ja, iCrimax brauche ich gar nicht nachmachen, Leute. Jo, meine Paulberger. Jo, meine Paulberger, wir fahren heute diesen Bagger. Wir fahren heute mit diesem Bagger rum. Lasst jetzt ein Like da, dann fahren wir mit dem Bagger rum. Wenn wir uns jetzt noch dreimal im Kreis drehen, dann, äh, kommt hier eine Superkiste raus. Leute, hier ist eine Superkiste. Ja, hier ist heute eine Superkiste. Ihr Paulberger, wir machen jetzt die Superkiste auf. So. Und in dieser Superkiste ist eine legendäre Waffe. Aber dafür müssen wir uns jetzt hier nochmal auf die Dings setzen und im Kreis drehen. Wir müssen uns wirklich hier im Kreis drehen. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir jetzt hier auf den Fisch schlagen. Zack. Und dann die Kiste aufmachen und ich glaube, eine legendäre Waffe raus. Nein, das hat diesmal nicht geklappt, Leute. Heute keine legendäre Waffe. Was reicht jetzt hier? Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen, Leute? Das sind halt alles die gleichen, äh, ja, die gleichen Banausen. Lofti wird heute den machen hier, so hier, den hier. Den hier, da ist der Gegner, Lofti macht den hier. Ganz klare Geschichte. Und dann will Lofti im Duell gegen mich. Wo ist hier, Lofti? Wann kommt Lofti? Es wird wieder hier aufmachen, weil er was anderes nichts kann. Naja. Was soll man dazu sagen, Leute? Dazu kann man nicht viel sagen. Okay. 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 heute habt ihr heute das video gesehen heute ist wie wollte so krass gewesen oh das gefällt nicht oh mein Gott ja 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 weg mit dem reicht mir hier jetzt schon wieder was soll denn das Leute ja das erste Runde heute ich hab immer echt das Gefühl erste Runde irgendwie ähm Müll na erster weiß ich nicht weil erster brauchst du auch ein bisschen Glück finde ich besonders kommt auch an was für äh Dings ist ich weiß grad nicht wie die Cup Regeln aussehen mit Kills wie Punkte Kills bringen alles drum und dran aber für ersten Platz brauchst du auch ein bisschen Glück da brauchst du auf jeden Fall für die erste Lobby äh Luck Bro dass du eine richtige Bot Lobby kriegst dass du da mit 30 35 Kills durchstartest direkt und dann könnte der erste Runde sein das Ding ist so stark oh mein Gott die Minigern ist zwar treu ein bisschen aber ist trotzdem geil ey schöner Bus dank dir ich wünsche einen schönen Tag Volgas Quarantäne oder was oha na dann gute Besserung dann wirst du heute sehen wie wir hier heute den ersten Platz machen weg mit dem wer hat denn da gehupt eigentlich denn hier draußen gehupt doch mal die war für so stark ne die war für so strong alter hier war doch einer oder ach ist ja nur einer lol die 100 Kronen Siege müsste ja nicht locker schauen ich habe jetzt schon das weiß ich muss gleich mal gucken wie ich habe oh mach doch nicht diese alter okay bro er macht diese Firma er macht diese Filme ganz gewaltig der Arme er macht diese Filme wirklich Jungs also den Wind schenke ich ihm leider nicht so einen frechen Typen schenke ich dem Wind bestimmt nicht oh sie tue 29 Monate machst du heute auch den Cup mit oder was er zockt mir alles den Cup jetzt wird doch alle heute bestimmt den Cup oder wo ist der ich habe ihn nicht gesehen weg mit dem Junge 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 wie viel Kronen Siege haben wir wir gucken wir gucken rein oh 94 Kronen Siege Leute 94 nur noch 6 Stück dann haben wir 100 das war ja gerade nur so eine Treurunde das war ja gerade nur so eine Treurunde das war ja keine Series Runde ah sie Turan ja ok dass du bad bist ist ja nichts neues dass du bad bist dass du bad bist das ist ja ja das wissen wir ja ja ich denke mal Treuran wird heute vielleicht wieder ganz knapp vor uns sein aber äh ich meine diesmal nicht ganz knapp vor uns sein letztes Mal hat er ja ganz knapp vor uns gewesen Treuran ja ganz knapp heute werden wir das Ding ihm nicht geben aber der Skin sieht ganz nice aus muss ich sagen also einige Styles von dem Skin der ist echt sick oder also der als Icon Series Skin Show muss man echt Real Talk einfach zugeben äh einer der besten besonders der Style den ich auf dem Thumbnail habe der sieht krass aus ach Lofti Lofti traut sich hier reinzuschreiben im Chat Lofti muss ich den Skin heute leider im Shop kaufen Leute äh am Sonntag im Shop kaufen Lofti muss ich den Skin leider im Shop besorgen das äh tut mir ja auch schon leid Lofti aber ja zu Not ich schenken dir wenn ich schaffe zu also ich denke mal ich gehe mal davon aus Lofti wird so Platz 6.000, 7.000 sein im Dreh ich werde ihm dann schenken den Skin Leute ich werde ihm dann wirklich ihn schenken ganz einfach Bro warum kann ich eigentlich hier mit Dings nicht reden Leute warum kann ich in Fortnite nicht mehr reden was ist denn das hä Leute wieso kann ich mit Leuten nicht mehr in Fortnite reden was ist denn das wie doof ist denn das ist bei einigen so oder was das ist ja voll dumm nein ich habe Sprachstatt aktiviert habe ich ja geguckt war gestern bei mir auch so ja das nein ich habe Sprachstatt an Bro naja das scheint wohl bei vielen jetzt zu sein seit gestern ja seit dem Update ist das so ich weiß auch nicht warum das ist wohl bei einigen so nein ich habe doch schon neu gestartet ich habe doch denkt ich habe seit gestern den PC angelassen oder was ich habe neu gestartet alles schon oh mein Gott oh mein Gott er spielt so smart Bro HÄ ÄÄÄÄ!! Im größten Stream-Sciper die ich kenne o e Ding war das doch alter eyjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ich bin jetzt Mitglied. Super, Lukas. Hast du gut gemacht. Niklas ist jetzt auch Mitglied. Was geht, Niklas? Aber ich habe eine gute Taktik heute für den Cup, Leute. Ich habe eine gute Taktik. Ich habe eine gute Taktik. Wir werden im Cup entspannt spielen, Leute. Entspannt. Entspannt. Wir werden auf Rentnerbasis spielen. Und dann im Ende, Leute, zuschlagen. Wie eine Klapperschlange. Wie eine Klapperschlange werden wir zuschlagen. Ich stecke nicht, wo meine Käppi ist, Leute. Die ist weg einfach. Die ist weg. Kommt SU live. SU, wer ist SU? SU. SU kann nur Heal off. Wer ist SU? Wer ist SU? Melanie, Dankeschön. Paul, Dankeschön. Wer ist SU? Ich kenne SU nicht. Wer ist SU? Meint ihr Heal off SU? Nee, ich schrie sie, dank dir, Bro. Danke. Meint ihr. Den kann man sich verlassen. Und auf dich? Kann man sich auf dich verlassen? Jenny, vernünftig, vernünftig. Ach, ihr meint Heal off SU? Naja, weiß ich nicht. Also Heal off SU, mit denen habe ich persönlich nichts zu tun. Weil sein Verhalten ist peinlich. Peinlich. Ja, ich check das auch nicht. Ich kann einfach nicht mehr random zocken. Ich kann einfach nicht mehr random zocken. Niklas, danke für die 2 Euro. Was ist das? Ein Glas Milch? Oha, Niklas, danke für das Glas Milch. Oder was das auch immer sein soll. Dank dir. Nein, Bro, ich hab doch schon alles gemacht, Sprachchat. Geht doch, Sprachchat. Ich kann doch normal reden mit den Leuten, wenn die reinkommen bei mir. Irgendwas ist da wieder kaputt. Irgendwas, glaube ich. Geil. Geil geriftet. Geil geriftet, Leute. Aber das Ding ist halt, ich glaube, wir werden halt hier heute wieder contested einige. Also, ich glaube, wir werden echt contested hier. Aber mal gucken. Aber wenn man den Ort hier hat, ich feiere einen Sign-Up Station. Sign-Up Station. Aber wenn ich Sign-Up Station sage, hört sich das coole an, oder? Was soll ich sagen, Leute? Sign-Up Station oder Sign-Up Station. Wir landen in Sign-Up Station. Mit den neuen Mitgliedern hier, so soll es sein. Finn, dank dir. Sag mal. Sag mal. Sag mal, du riechtst du jetzt komplett frei, oder was? Doch. Der Cup geht um 19 Uhr los. Um 19. Und man dürfte nur spielen, wenn man 19 Jahre alt ist. Heute Minigames, natürlich, bro. Heute Minigames, safe. Gar keine Frage. Ich werde direkt jetzt starten, glaube ich, mit Minigames. Wir werden direkt rein starten in die Minigames, Leute. Ja, mate, so gut wie du, äh, Dings. Also, da könnte ich ja, wenn ich mit Milchfüßig zusammen spielen wollen würde, dann könnte ich ja mit den Füßen spielen. Leute, Community Games sind immer sonntags. Immer sonntags. Every Sunday. Jeden Sonntag Community Games. Immer. In der Woche selten, aber am Wochenende immer Community Games mit der Community. Und jeder, der es schafft, auf den Discord zu kommen, kann dran teilnehmen. Und auf den Discord zu kommen, das ist nicht gerade schwierig. Ne? Muss man da einmal dazu sagen. Also, wir sind da wirklich sehr, sehr offen. Und jeder, der sich fünf Minuten mit diesem Kanal hier auseinandersetzt, der kann auch eigentlich bei Community Games dabei sein. Ihr könnt gerne die Leute fragen, die hier regelmäßig im Chat unterwegs sind. Die haben alle schon mal Community Games mitgemacht. Alle. Allesamt. Ja? Wie, du wurdest gebannt, Emre? Warum wurdest du gebannt? Hä? Was hast du gemacht für eine Scheiße? Emre, Junge. Was hast du gemacht? Letzäh mal. Was hast du schon wieder getrieben, dass du gebannt worden bist? Ja, außer man ist gebannt. Wenn man Scheiße auf den Discord baut, dann wird man gebannt, ja. Normalerweise, ja. Das ist dann natürlich doof. Ja, Lügner. Wenn du nie auf den Discord kommst und Community Games nicht mitzockst, dann kann man dir da auch nicht helfen. Ey, Junge, Junge. Ja, spar dir mal dein Geld, lieber Milchvieh. Die Kuss geht raus, sag ich nochmal für den 10er, was hast du heute rausgehauen hier? 30er, 40er? Ja, Ruka ist meist auch immer dabei. Also es gibt Leute, die eigentlich jede Woche Community Games dabei sind. Immer. Was ist das hier für ein Esel gewesen? Ich und ich. Danke für den Sub, Bro. Ja, Philips ist eigentlich auch immer da. Safe, ja. Wie ich auf Discord heiße, ist eigentlich relativ egal, weil ihr mich eh nicht adden könnt. Boah, Kuss, Finn. Ja. Heutzutage freut sich SU mehr über das Medikit als über die goldene Waffe. Safe, Bro. Ja, Holger, Sonntags. Wie macht er eigentlich? Heiden Sieg ist ja eigentlich ein Rentner-Game, wenn man es so sehen will. Heiden Sieg ist ja... ...Rentner. Ja, ich weiß, Philips, du bist echt crazy. Unterwegs. Ich hätte auch einfach riften können, ey, ich Idiot. Ist egal. Ist egal, Leute. Ist egal. Neon, danke für den Sub, Bro. Ich nehme hier die ganzen Karten mit. Ich mache eigentlich diese ganzen Challenges gar nicht, aber... ...wenn die gerade in der Nähe sind, dann kann man sie ja mitnehmen. Die sind ja hier echt alle nur... ...drei Meter auseinander. Oh, ich freue mich schon auf neue Season, Leute. Langsam wird es echt Zeit, dass die Season mal wechselt wieder. Ich freue mich auf den frischen Wind, Leute, jetzt auch im Sommer. Oh, was ist denn da los? Sommer, hallo. Hat denn die geschossen auf uns? Ach da. Stark im Sitzhäule. Geil. Oh. Kämpft doch noch mehr, ihr Ekligen. Bro, was? Ey, Bro, wer steht denn so, Sniper? Mit dem Aim willst du den Cup gewinnen, das freut mich aber gerade auch, Bro. Ah, ich hole da nicht ab hier. Voll genug. Oh, der geht langsam richtig auf den Sack, der Kopf da, Alter. Okay, okay. Oh mein Gott, Bro, was macht denn mein Team-Mate? Ja, ich habe Splashys, der kann noch nicht splashen. Ja, ich habe Splashys, der kann noch nicht splashen. Also, das waren, ich brauche mal echt hier eine andere Waffe hier. Klombo. Ja. Klombo. Wer ist denn das hier? das ist kein stream sniper diese also weiß nicht diese kippwelt waffen roadies kritisch so mit kraften eigentlich viel Rissab, braun. Good day, bro. Er ist der Beste, Leute. Er ist der Beste. Ey, ich glaube, wenn diese Kipp-Weltwaffen gleich im Cup drin sind, also dann kriege ich, glaube ich, einen Anfall. Ich weiß nicht, aber ich glaube, AUG ist trotzdem besser. Also, ich glaube schon. Doch, doch, doch. Die werden zwar nerven, aber ich glaube, AUG ist doch besser. Ey, Mignum kommt wieder auf letzten Drücker. Ich sag euch ehrlich. So wie immer. Ja, AUG ist echt krass. Nein, Bro, drop man nicht. Nein, 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 behalt mal. Behalt, 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 was sollen das? Nein, der so behalten, Leute. Der will mir jetzt seine Waffen geben. Gebt doch niemals eure Waffen ab. Nein, ich brauche Muni, Bro. Ich brauche, boah, boah. Hä? Was macht der denn da? Ich brauche Muni, Bro. Nice. Wahrscheinlich gar kein Spiels, einfach. Was? 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 das ist ja der größte spinner gewesen ich kenne oh mein gott wo er sitzt da wirklich im baum ich check das nicht aber unser teammate ist einfach der absolute carry bro er hat mich ja gerade so was von einem rucksack holy moly macaroni holy moly macaroni hat mich absoluten rucksack würde aber broder komm her ich hab noch spray für dich so waren hier das loch mein busch im busch das war ja auch künftig das sind geworfen ich ja 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 Also, Bro, ich check nicht, dass die den ganzen Tag im Bus chillen müssen. Alter. Was gibt's da im Bus, Junge? Bro, diese Scheißbüsche müssen echt verboten werden, ich sag ehrlich. Das ist so nervig. Das hat doch nichts mit Können zu tun, darin zu sitzen. Und die Leute zu nerven. Oha! Das hat er smart gespielt, aber mit dem Puls, guck mal hier. Ja, super. Ey! Ich kann das nicht mehr, Bro! Diese Typen sitzen nur im Bus, Digga! Nein, komm, komm! Nein! Bro, er überlebt mit 5 HP, dieser Noob, Junge! Ey, Bro, ey, sie sitzen nur im Bus. Das kann ich nicht mehr geben hier, Junge. Das kannst du dir nicht mehr geben, Junge. Das kannst du dir nicht mehr geben, Alter. Ey, Robin, Junge, danke für 50 Euro. Holy Moly muss mal sein. Robin, Junge, 50 Euro muss mal sein. Danke für die schönen Jahre. Bin schon seit KW-Zeit dabei, aber mich kennt man irgendwie erst seit einem Jahr. Ja, danke, ich bin einfach mit dir groß geworden und wollte dir schon immer sagen, danke noch an Philipsis für alles. Boah, Robin, Junge! Crazy! Kuss geht raus, 50er hier. Ich küsse doch deine Augen. Kuss! Das war Cracked. So, Miknub kommt gleich, gut. Miknub kommt gleich, der Noob. So, zack. Dennis, 27 Monate Ehre. Ey, die sitzen nur im Bus, ich sag euch ehrlich, ich hab jetzt schon die Schnauze voll. Ey, drei Leute, einer holt mich vom Baum, einer vom Bus, einer von da. Was ist das? Mann, Mann, Mann. Robin, 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 Junge. Riech hier noch durch. Ja, ich weiß, wir haben auf Dings gespielt, auf Ozeanien wahrscheinlich, oder hier, äh, äh, NA East oder so. Ich weiß, man könnte den heute Vormittag um 10 schon sich holen, aber, äh, ich streame ja lieber, äh, abends dann, wisst ihr. Ich glaube sogar, da ist es ein bisschen einfacher, den Skin zu bekommen. Aber ich glaube auch, dass wir es locker kriegen werden. Nee, eigentlich nicht, Michi. Danke für den Euro, Bro. Dann kommt GTA Battle. Was für ein GTA Battle? Was für ein GTA Battle? Drehe ich hier durch, oder was? Ja, ich weiß nicht. Einfach Discord beitreten. Der Ripper ist bei mir. Das wäre echt mal wieder geil. Das würde ich mal wieder machen. Discord geht nicht mehr. Ja, ich weiß, ich habe alle Befehle entfernt. Ich muss mal Discord-Link einfach in die Beschreibung packen. Ich werde das, glaube ich, noch machen. Nein, wir gehen Sign-App Station, Bro. Bro, bei mir ist Baba-Wetter, aber wenn man in Fortnite einen fetten Cup hat, wo man sich einen geilen Skin holen kann, dann spielt das Wetter keine Rolle. Neon, hast du mich verstanden? Neon, hast du mich verstanden? Dome Kraft habe ich sogar echt überlegt, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht für No Build, weißt du? Ich weiß nicht, Bro, ich weiß nicht, ich habe echt mal wieder überlegt zu wechseln, aber bin auch am strugglen ein bisschen, sagen wir es mal so. Vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber eher nicht. Also wäre No Build nicht reingekommen, hätte ich vielleicht gewechselt, ja, aber so im No Build bräuchte ich halt nicht, weißt du? Lohnt sich nicht mehr so krass. Oh, da ist einer. Ja, okay, Bro. Ja, was soll ich machen, Digga, ohne ein P-P da, ey, Bro, er hat wieder Pumka an, logisch. Junge. Mach keinen Sinn. Kein Sinn da. Ja. 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 Schmeiß ich alles runter, Leute. Super, danke für nix. Danke für nix. Ja, ich muss meinen Discord wieder rein... Oh, lol, 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 lol. Guck mal, wer mit mir drin ist, Leute. Lol, er ist echt ein Superstar. Er ist real tot ein Superstar. Komm, Sign-Up-Station, Bro. Sign-Up-Station. Super, 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 superstar. Hier ist es super, super. Fini, Junge, das geht. Alles gut bei dir? Dave kann schon Zaps verschenken? Was? Warum kann ich keine Zaps verschenken? Was ist das für eine Scheiße? Was soll das denn? Dave Knight kann Zaps verschenken? Ich aber nicht, oder was? Warte mal. Nee, geht nicht, geht nicht, Bro. Kann ich nicht. Schade. Geht nicht. Geht nicht. Gibt's nicht. Ah, jetzt gibt's Philips Sis und Philips Bro, oder was? Ja, okay. Ja, sicher. Sicher, Bro. Sicher. Sicher, micha. Dankeschön. Dankeschön. Sonja. Dankeschön. Super, 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 superstar. Also dieser Fisch ist definitiv kein Superstar, Bro. Der ist definitiv kein Superstar. Der war ja richtig sauer, Junge. Nach dem Cup Minigame. Ja, um 23 Uhr bezweifle ich, dass du noch da bist, Bro. Ja, Julian, du musst aber schlafen. Du musst ja uns den Skin angucken, deswegen müssen wir noch. Nein, 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 Scheiße, das ist so dumm. Ich hab die nicht gesehen. Entschuldig gleich. Ich hab die nicht gesehen. Super, super. Ach, MBK, du schaffst das niemals, dir den Skin zu holen, Bro. Also du bist der Letzte, der den Skin schafft zu holen, sag ich ehrlich, Bro, du bist der Letzte. Mit Abstand bist du der Letzte. Nee, Bro, eigentlich nicht, Marco. Eigentlich nicht, Marco. Also vielleicht mit den Jungs, ja. Für den Jungs, ja. Bro, du bekommst die Skin niemals. 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 Bro, ich bin down. Ey, Bro. Die hat noch wieder alles gehabt, ne? Ah, schade, Bro. Die hat noch alles gehabt, Leute. Was soll man da machen? Was soll man da machen? Die waren zu doll motiviert gewesen, Leute. Bro, was er mir für einen Hit gegeben hat auch, ne? Also das war ja auch schon wieder... Das war ja andere Dimension, Bro. Ich muss Capskin spielen, Leute. Capskin. 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 Äh, Marcin, keine Ahnung. Vielen Dank. Denk mal Niklas, ein paar Skins. Ja, so sehe ich aus, Bro. So sehe ich aus. Was wir mal machen, Niklas? Will ich. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Michi, müsste ich mal machen. Vielleicht. Wenn du Top 500 wirst, äh, Top 100 wirst, irgendwie Kämfreich drei Besen. Dann fresse ich wirklich drei Besen. Oh, ich gehe direkt vor Mutterscheiß auf. Du nicht. Was geht, Agam? Ja, die machen sich alle jetzt schon warm, Leute. Für Duo Cup gleich, sag ich euch ehrlich. Das merkt man. Aber Duo Cup braucht man auch Brain, Leute. Brain. Ja, stark. Nicht so Brain wie der da. Stark. Mein Teammate ist direkt, wer gelieft. Geil, bockt. Bisschen Respekt bekommen, oder Kollege? Ein bisschen Respekt. Bisschen Respekt. Okay. hobby playtime war ich auch schon mal überlegt und ganz lustig eh 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 wo ist jetzt der typ hier abgehauen war ja was soll ich da machen bro da kämpft die hinterm schornstein ich kann das alles nicht mehr bro ich kann das alles nicht mehr ich kann das alles nicht mehr da sitzen zwei mit dem doctor strange kostüm hinterm schornstein ich kann das nicht mehr und haben beide full life und spielen serious so deren ich wusste ja nicht nur was da wartet wo ist er denn da ist er doch Mignob Junge ja was geht wo kommst du her von der Arbeit Wie, von der Arbeit? Was arbeitest du denn? Ja, Ausbildung. Komm rein jetzt hier. Arbeit, wie jetzt? Du hast bis eben gearbeitet. Ah, ne, bis fünf, aber. Ja, scheiß mal auf Arbeit. Fortnite Cup, Junge. Komm rein, wie machst du denn noch eine Public-Runde? Ja, ja, ich starte gerade. Junge, Junge, Junge. Bist du warm, oder was? Ja, immer. Heute mit meinen Taktiken. Bro, wir dürfen echt nicht. Sag dir ehrlich. Ich hab ja letztens mit Peenstrafe gezockt, wo du deinen scheiß FNCS da gemacht hast, was keinen gejuckt hat. Bro, erste beiden Runden, ne? Early gestorben, ersten beiden Runden. Und wir haben trotzdem noch Platz 198 oder so gemacht. Okay. Wir dürfen einfach nicht zu Killguy sein, sag ich dir ehrlich. Auch in der ersten Runde nicht. Wir müssen echt am Ende... Am Ende kannst du so viele Kills machen, ja, das ist so krank. Du musst dich aufhalten, Digga. Ja, ich halte dich auf. So, rein jetzt hier. Reicht mir jetzt hier. Top 50 heute, hab ich gesagt. Wir müssen auf jeden Fall vor Lofty und Peenstrafe playsen. Auf jeden Fall. Das ist... Das muss... So, wie weit bist du jetzt bei FNCS gekommen? Nixiger. Weg. Wie weg? Verkackt. Verkackt? Ja. Und warum? Ich hab keine Mates, bringt dann auch nix. Warum? Du hattest doch einen gehabt und dann wechselt ihr immer, oder was? Ja, hab gewechselt. Und warum? Ja, keine Ahnung. Harmoniert nicht, oder was? Nee. Ja, aber auch nur Top 300 geplaced, das hat nix gebracht. Aber du warst doch schon, hast dich qualifiziert zweimal, oder was? Und dann, äh, dann Top 50, oder was? Hast du das nicht geschafft? Ja, ich war halt Top 500 und dann Top 50 und hab ich gar nicht geschafft. Schwach. Ja, aber heute ist noch mit mir gespielt, aber das ist ja Build Cup, da bin ich ja nicht dabei. Das ist ja nicht mein Ding. Nee, heute ist Sign-Up. Sign-Up Station wieder. Sign-Up Station. Das wird unser Ort sein. Das wird unser Ort sein. Und dann Abfahrt. Und dann Top Dings. Top 1. Ey, wir haben letztes Mal gegen Tiffy und so gespielt gehabt, ne? Ja, moin. Die waren sogar in unserer Runde gewesen. Aber wir haben die Runde sogar gewonnen gehabt, wo die bei uns in der Runde waren. Ich will auch gegen ihn spielen heute. Ja, Bro, Tiffy ist kein Gegner mehr, für mich vielleicht, ehrlich. Ich bin jetzt andere Liga mittlerweile. Ich bin jetzt in anderen Ligen, Bro. Checkst du das? Ja. Ja, ich auch. In was für Ligen bist du? Ja, keine Ahnung, Digga. Die Beste. Ich sag dir ehrlich, ich kille du hin. Ja, dann lande ich aber nicht dort, Digga. Doch, wir müssen doch. Wir machen da Rotation kurz. Einmal kurz rein da, weißt du, um warm zu werden nochmal mit dem Ort. Und dann rein. Wo seid ihr gelandet bei FNCS? Ähm, hier, Junker Speedway. Junker Speedway. Aber es sind doch viele, die schon mitkommen, oder? Ja, richtig viele. Bro, Junker Speedway ist doch übel sehr OP, und dann noch hier bei Zweiten mit anderen Made by Ding. Kommand. Kommand. Hey. Hier ist sogar jemand. Ah, ne. Micknub down. Micknub. Micknub. Ich hab auch. Bro, ich hoffe, uns contestet hier keiner, ey. Obwohl, hier wird safe, wenn mal ein Team mitkommen. Hier kommt immer ein Team mit. Ja, ja. Denk ich dir auch. Weil es so ein nicer Loot hier ist. Da vorne ist einer. Ey, mich haben auch letztes Mal so eine... Wir haben auch gespielt, ne? Äh... Bro, da haben mich einfach Leute... Wir sind noch nicht mal gelandet, da haben mich Leute schon in der Luft gelasert. Naja, okay. War letztes Mal. Dieses Mal ist aber ein anderer Cup. Ich bin glaub ich mehr mit. Wegen Skin. Aber... Ja, ja. Letztes Mal haben wir auch Skin gespielt, bro. Echt? Ja, ja. Letztes Mal haben wir auch Skin gespielt. Ah, stimmt. Da waren wir ja Top 200. Ist er abgehauen, ne? Ach, da ist er. Schau mir. Der Mail kommt, hinter mir. Ja. Ja, kill ihn. Er hat 1 AP. Ach, Digga. Komm her. Komm her. Guck mal, er hat ab. Das ist ein Ehrenloser. Guck mal, die 30 jetzt bin, bro. Er springt safe mit dem Puls drauf. Wenn er gut ist. Alles scheiße. Ah, ich hoffe, dass er nicht von hinten jetzt kommt. Easy. Boah. 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 Der ist hier unter mir. Ah, ich komm. Der Mate kommt. Oh, der Mate. Der Mate, der Mate von hinten. Ah, ich seh ihn schon. Der Camter. Boah. Boah. Wo ist der? Mach ihn mal. Back. Ich seh ihn nicht mehr. Im Busch oder so. Nein. Wo ist der Ekelige? Boah. Und abhauen sind die echt alle Platz 1. Mit Nob Down wieder. Ey, hier ist er. Er ist da. 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 Okay. Lebe mich aber wieder. Der ist abgehauen. Der durch 1 AP gehabt, Bro. Er saß da wirklich im Busch. Der Ehrenlose. So entt der eh wieder weg. Oh, er kommt wieder. Ey, Bro. Der geht mir so oft. Keks. Ich hole mich aber aufs Prinzip schon. Boah. Ich muss den Hacker snipen. Hier, gib hier ne Waffe. Na Waffe. Na Waffe. Digga. Es reicht's. Hier zu rechts. Er rennt weg. Ach, Digga. Bro, lass ihn bitte holen, würde ich. Ich sag dir echt. Der geht mir so oft Keks, der Typ. Der denkt schon, dass der Kapi oder so. Keine Ahnung. Der muss eh nach oben. Der muss eh nach oben. Seine Karte holen. Na ja. Komm, Digga. Er wird wahrscheinlich zum Rift gleich gehen. Ich seh ihn hier unten. Und hier. Fisch, Fisch. Ja. Der ist weg. Nee, nein, er ist noch nicht geriftet. Der ist der beste Wegrenner, aber. Äh, er ist der beste sich im Verstecken mit Nerven. Er kriegst du auf jeden Fall. Ne, das wird dir noch sein. Ich sag dir ehrlich. Ich use kurz einen Rift. Ja genau. Er wird jetzt zum Rift gehen. Ja genau. Er wird jetzt zum Rift gehen. es lande ich auf dem bitte macht elterns macht elterns direkt ja 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 mach noch mal elterns noch mal wir müssen beide machen neue px war das tut das das tut wirklich gut was die taktik ist egal ist einfach hier landen und damit und dann allerdings es gibt ja kein zeppelin mehr das ist das geile erster wir müssen einfach nur früh in die zone rotieren gute posi suchen dann war es das schon wir wollen uns auto von warte mal wo war das auto einfach von chanka speedway oder hier ist gottk eigentlich müsste gottk sein glaube ich warte mal war das nicht hier ja wir gehen einfach chanka speedway und wir dürfen nicht zu kill geil sein im endgame machen wir hier alles ja hier mal nicht sterben ja ich bin ja so früh auf dich fliegen zwei glaube ich ja 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 ich bin ganz alter ich glaube ich kann abhauen ich hoffe ich hoffe ich komme zu dir hier ich hab nur ne sniper immer nur noch ne sniper ja und ne pump geht kurz ich hole den jetzt ich hab sogar der hält voll der mich bekommen der kann gar nichts jetzt habe ich ne gute waffe gut der meld kommt einer feier einer feier gut wo vor der zu damage kassiert leute leute hier ist dieses loch da der krasse hier wo ist das für ein loch kein ahm das krasse Bro, das ist von Klombo Bro, hier wohnen drunter Klombos, Bro Hier drunter ist Klombo Keine Ahnung Der Ehrenbruder Klombo ist da Komm, Splashen Oh, ich hab 900 Gold, okay Nice Benutzt Luftschlag, nein, nehmen wir uns auf Der hat ja zu krass, Digga Der Luftschlag, ich glaub aber der ist deaktiviert im Competitive Obwohl, letztes Mal war ja auch nichts deaktiviert, also wundern würde es mich nicht Wenn der drinnen ist Ich hab heute ein gutes Gefühl, sag ich ehrlich Ich auch, heute wird was Wieder mal erster, wieder mal erster Wieder mal erster Wieder mal public spielen ein bisschen Warum Endgame haben letztes auch so viele immer noch gelebt, ne, das war so krass gewesen Oh, hier ist es, pass auf Oh, hier ist es, pass auf Oh, hier ist es, pass auf Pass auf, da draußen sind noch welche Pass auf, da draußen sind noch welche Schnell kurz Er hat mich gefickt Von rechts war es Von rechts war es Ah, hier Oh Hat Hit Wie kommt einer, Bro? Der Mate pusht mich, der Mate pusht mich Komm, komm, komm Warum war ich so low Ich hab ihn pulleysen, tja Wir haben die Amerikamente Ah, das ist so leise, so leise es Kennen die das? Safe Safe Bro die Spiegel alles erst kappen Ja kapp geht los glaub ich Lösch Guck mal diese Ich geh jetzt rein scheiße Boah Boah noch 120er Warum macht die so viel? Ich muss das Game neu starten Ok easy Ja haubs doch noch Teammate gefinished Leute auf Ehrenlos Das muss doch sein So Leute let's go Kapp geht ab Jugo Kapp geht ab Leute Kapp geht ab hier so Kapp geht ab Ja Trio Kapp zock mal Trio ist Trio da Wir machen Trio zu zweit weil wir zu gut sind Stani bist du mit Unterhose Ne im Stream noch nicht Bro Komm rein hier Alter Komm rein hier Junge Komm ich brauch den Skin man Kostenlose Skin Junge Ne Annehmen 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 dass wir Hacker sind Leute Und haben wir unterschrieben grad Wir haben gerade unterschrieben, dass wir die Besten sind. Ist Essie schon drin in der ersten Runde? Ja, Essie ist schon drin, ja. Ich glaube, wir gewinnen heute einfach mal. Erster Platz wäre geil, Alter. Erster Platz. Ich mache es voll schwer. Aber glaubt mir, wir waren letztes Mal, wir waren so gebrochen, wo ich hier mit Peenstrafe gezockt habe. Wirklich erst so beide Runden early gestorben. Direkt ins Land. Gelandet, tot, gelandet, tot. Okay, ich hoffe, ich sterbe nicht, Digga. Das war wirklich, das hat mich gebrochen, Leute. Aber ich bin der Beste im early. Also mich hat es wirklich gebrochen. Aber da haben wir uns zusammengerissen, Bro, und dann ging es doch. Da haben wir echt, wie gesagt, top, irgendwie, wir waren top 192 oder so gewesen geworden. Also war denn, obwohl wir, wir waren eine halbe Stunde vorher fertig, ne? Halbe Stunde. Wir waren auch kurze Zeit, äh, Dings. Ja, darum, ich ehrlich, der ist ganz schlecht, Digga. Naja. Da haben wir keinen Hund. Bro, wir sind drei oder vier Runden early gestorben, wirklich, Bro, das hat so runtergezogen. Maximum ein, nein, ich, oder zwei, nee, ein. Nee, zwei geht, zwei geht. Also wenn du zwei early stirbst, ist okay, weil dann schaffst du eh nicht alle Games, so weißt du. Ist wieder richtig viele Killpunkte, aber das ist egal. Leute, was gibt's Killpunkte? Aber das ist wirklich egal, das haben wir ja letztes Mal auch gedacht. Das ist wirklich... Bro, wir haben immer am Ende so immer noch so... Wir hatten die ganze Runde ein, zwei Kills und am Ende haben wir dann teilweise noch 13, 14 Kills gehabt. Ja, ich komm gut eigentlich, ich komm gut an. Ich komm gut an, ich komm sehr gut an. Oh, ich hab guten Dropler, ich bin zufrieden. Eigentlich können wir direkt dieses Ding hier nehmen, oder? Nee, das ist kein Slip Truck, oder? Das ist kein Slip Truck, Bro. Nisch? Nee, nee, ist keiner. Bro, das sah voll so aus. Bro, gehst du hier, oder was? Wo gehst du hier? Ja, ich geh links, hier. Dann geh ich hier. Kommt hier einer mit? Nee, nee, kommt keiner mit. Nice. Doch, hier kommt einer mit, Bro, hier ist einer. Oh, fuck, Digga, hab gedacht, kaum keiner. Er ist bei mir, du musst runterkommen. Er ist mit unten. Er hat ne Pump, er hat ne Pump. Abpunt, minus 75. Nochmal Abpunt. Warum hab ich den nicht gesehen, Digga? Ich hab ja auch nicht gehört, oder so. Gleich, gleich. Bro, du hast den wirklich zweimal einfach in Dings genommen, im Schutz. Ich kann nichts machen. Was lasst es hier? Ja. Gar nichts zu. Ah, geil. Boah, die, ich muss eigentlich ne Pump spielen. Die krassste, die ist schon krass. Wie? Willst du die spielen, die Rangers, oder was? Ja, die ist schon geil, ja. Also, ich weiß, ja, weiß nicht. Komm doch mal an, was wir finden, ne? Wenn wir nichts finden, dann würde ich nicht spielen. Ja, ja. Ich hab ne blaue Augen, richtig. Hier ist dein Teammate, Bro. Ja, ich komm. Teammate ist one, Bro. Ich hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice, gut. Und early überlebt. Oh, guck mal hier, nimm mal hier, nimm mal hier. Oh, nimm mich. Der ehrenlose, Leute. Wollte er mich mit der MP grad noch holen, aber hat Big Damage gemacht, ne? Komisch. Wo ist die Waffe? Äh, die liegt da drinnen, Bro. Ja, hierher. Ah, jetzt wird der angezeigt. Ja, ja, jetzt. Guck mal kurz, dass die hier nicht herriften, aber... Ne, sieht nicht so aus. Und du dachtest, dass hier ein Slip Truck. Okay, nice. Ja. Gibt doch die Waffe her. Ne, ey, Bro. Kill bringt nur einen, einen Punkt. Hä? Das ist dieser Camper Cup wieder. Wo war das dann, Digga? Ach, keine Ahnung. Bei dem Trio Cup war das, glaube ich, oder nicht? Äh, ja, das ist hier wieder auf Placement, der Cup. Oh, mein Gott. Okay, Kill springt ja diesmal gar nichts, Leute. Wir müssen ja echt gut auf Placement gehen. Aber das ist das Gute. Können wir echt gut platzieren dafür. Das ist echt, ehrlich, nicht so nice. Eigentlich muss man nie mal auf Placement gehen und versuchen, Entgabe, alle jetzt wollen. Ja. Ich muss halt früh rotieren. Boah, gute Ziemens, Mann. Einfach mit Rift. Das ist gut. Ein 50er habe ich mit, falls du noch welche hast. Ja, ich habe nur Minis und Splashes. Oh, ich habe 2,50er, nice. Komm mal her, hier sind Splashes. Hab schon, aber... Hast du Full oder was? Eigentlich musst du auch mitnehmen, oder? Naja, ich bin mit, ich bin mit. Ich lasse Dings liegen. Lass mal hier noch die Mine schnell mitnehmen, einmal. Yes. Heute meine Pickaxe einfach. Was war das denn? Hast du gerade hier... Das warst du, ne? Ey. Was ist das denn hier? Ich dachte gerade, hier würde ich wieder nach Trollen, oder so. Das ist ein Dream Sniper. Richtig. Loot ist echt gut, den wir haben, glaube ich. Ich habe auch gut Moon eigentlich. Was will man denn mit dem Revolver? Wo ist die Müllwaffe? Okay, das ist hier nach vorne einfach laufen, würde ich sagen, oder? Ja. Da müsste ich irgendwo ein Auto... Wenn nicht, kann man hier Klombus Dings gleich nehmen. Und ich glaube, hier muss eigentlich auch ein Auto stehen. Was? Hier sind sonst immer Kisten, Leute. Keine Kiste hier. Stark. Oh, hier ist so viel Loot, ne? Nimmst du dich erst unten, ich gehe um. Ja. Alles aber. Auto fehlt hier. Warte mal, Biggie. Derf mal her. Oh, ich bin mit, Bro. Ich habe gerade keinen Reihen mitnehmen. Lama. Oh, ich werde abgeschossen. Komplett offen gestanden. Die sind schlecht, die sind schlecht, die sind schlecht. Äh, 150, 1 AP, deine. Äh, er hat 34, 30, 30, so. Ich brauche nicht. Der ist deine Mom. Der Mate auch. Ich muss gesagt, man hat... Mate auch 120. Die sind kacke echt. Yes, one, there one. 50 wide, 50 wide. Hab ihn. Nice, gut. Der Mate. Nein, der hat einen Paum, der hat einen Paum. Nice, nice, nice. Nice. Oh, der hat alles gehabt. Hier liegen. Professor, haben die mit MK gespielt? Ja, die ist krass, aber. Besser als Nauk, finde ich. Wirklich? Ah, ich fand die schon krass. Nein, du willst die gar nicht. Komm mal her, brauchst du noch mal Spash? Komm mal her, Spash mal einmal. Es sind noch drei. Ja, ich habe BG hier, hier liegt einer. Achso, okay. Oder willst du mitnehmen? Nee, ich Spash einmal. Ich Spash einmal. Kann mitnehmen, aber noch einen. Achso, ja, hier der Spash zweimal. Ja. Nimm ich die Lila auch, ja? Ja. Oh, Gott Lambo. Gott Lambo, ja. Boah. Ja, geil. Dann ist hier auch immer ein Lambo eigentlich, glaube ich. Was soll es noch gehen? Guck mal, was nichts in Zone sagt. Boah, wir müssen aber bei Sanctuary eigentlich auf dem Dings gehen. Auf dem Berg. Äh, ja, ja. Oder auf dem neuen Spot. Der ist safe, krass, oder? Neuen Spot. Loot Lake oder so. Ja, der ist schon krass eigentlich. Weil da können wir auch fliegen mit Kanonen und so. Aber ich glaube, da werden welche sein. Na ja, lass zum neuen Spot gehen. Da können wir fliegen dann. Ja, das gut. Oh, hier ist ein Riftball. Boah. Jo. Aber lass den wir mit dem Auto fahren, oder? Ja, ich bin mal dahin. Da war ich noch nie. Das sieht krass aus. Ja, wir können ja in der Mitte den Boost nehmen für die Dings. Ja, okay. Hier links, 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 Boah. Ja, das Spot. Achso. Nimmst Kanone rein, oder was? Oder lass hier in den Dingern kämpfen. Guck, wie krass, Digga. Wie chillig. Ist auch zu chillig. Oh, Bro, ich schau durchschau. Ne, der Boss fies gerade auf jemanden, der hier gelandet ist. Da wollen wir einfach campen, oder was? Ja, das ist richtig chillig, Mann. Hier habe ich doch keine Angst. Ja, wenn uns jemand Auto klaut, dann müssen wir die einfach links holen. Kanone. Bro, dieser Bot, Dr. Sloan, nervt hier so. Die hat so krasses Aim bekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben die irgendwie gebackt, oder so. Oh, hinter uns. So reinkommen. Nein, wir werden uns safe hier das Auto klauen. Warte mal. Ich geh mal hier hin. Hier kommt einer. Nee, das ist der Bot, das ist der Bot, das ist der Bot. Ah, okay. Ah, das ist Dr. Sloan, ne? Bro, die ist zu dritter, die... Ah, es sind auf jeden Fall nur Gegner da. Viele sogar. Ja, Camp, was sollen wir machen, das ist halt, Leute, das ist halt, Dings Placement Cup. Das bringt ja gar nichts, da jetzt reinzurennen. Man muss immer camp. Ja, vor uns. Vor uns. Die kommt. Einer ist down. Ab den anderen. Oh, die, ich komm nicht mehr. Scheiße, Digga. Bro, die haben Luftschlag. Jo. Ist die MP raus, die andere? Äh, nee, die ist drinnen noch eigentlich. Okay, ich hab nur... Oh, fuck. Das ist ein Geek. Oh, ah. Kill dich, chill dich. Lass mal Impulsen, raus Impulsen, oder? Mach, 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 mach. Ich mach, ich mach. Gut, gut, gut. Fuck, fuck. Die sind gut. Ich bin mit Lambo. Du musst weg. Ich bin weg. Ich kann ja mit dir fliegen, bro. Ja, ich komm auch da hin. Ich hab die Halo gemacht. Die kann nichts machen wie mich. Ich komm ja irgendwie. Komm hier, komm hier, komm hier. Oh my God, oh my God. Warte, sieh die, sieh die, sieh die. Ich hab kein Aim. Kannst du fliegen hier? Ja, mit Pat. Muss ich da reinfliegen hier? Ja, ja, hoch, hoch, hoch. Einfach in die Mitte. Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, wir move, wir move, wir move. Bro, wir müssen da Haus, da Haus, das Haus, bro. Guck mal, bei mir ging's nicht, Mann. Wo bist du? Scheiß nicht, warte. Ja, ich komm gleich mit dem Puls, weil bei mir ging's nicht. Oh, die kämpft einer, oh, die kämpft einer. Da, 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 da. Ich komm zu dir, ist egal. Warte, 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 ich komm. 180, ne, 120. Ich hol ihn, ich hol ihn. Jetzt ist die Ballwäsche, pass auf. Ich hab einen. Gut, die sind aber überall. Ich hab zwei, zwei, zwei. Nice, oh my God. Ich brauch auch die auch wieder, die ist scheiße. Ich hab eh Impulse, das ist die nächste Seite. Bro, komm mal hier links lang, komm mal hier links lang. Ja, ich komm. Was ist hier? Nee, nee, komm, 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 wir müssen move. Bro, wir sind da, richtig schlechte Posi. Ich bin da. Alles gut. Nein, im Haus kämpft jemand. Ich muss weg. Im Haus war jemand. Oh my God, der macht links. Ich bin safe. Ich bin safe. Ich komm, ich komm, ich komm. Komm, komm, komm. Komm her. Okay, gut. Biggie vielleicht. Komm her, Biggie. Ich hab keinen Heel jetzt mehr, ne? Ich hab noch Minis, brauchst du? Äh, nee, nee, nee. Komm, komm. Wir müssen gleich move'n. Äh, warte mal, ich geh mal da kurz. Scheiße, wie sind die so schlecht, Bro. Ja, überall ist schlecht hier. Komm mal, da sind noch ein Pulsranat. Ich muss die einmal holen, kurz. Ich guck, ich guck. Die im Haus, die sind scheiße, Bro. Luftschlag auf die im Haus. Ja, ich hab Luftschlag, ich mach Luftschlag. Die sind oben, oben, oben. Der ist one, der ist one, der ist one. Ich hab ihn. Luftschlag hat den gefüllt. Der made, Minis 120. 50 white, 50 white. Er ist one, er ist one, er ist one. Der geht links lang. Er kann doof. Aber ich hab ihn. Boah, Luftschlag, ich sag krass, Mann. Hier ist ein Impuls, doch, Bro. Die hat so viel Impuls, die hat so viel Impuls. Ja, ich nehm' mit. Ich kann noch zwei. Booter wieder. Hast du, wie viel Impuls hast du, Bro? 6, 6. Oh mein Gott, so wichtig, Bro. So wichtig, so wichtig, so wichtig. Eigentlich brauchen wir immer beide ganz viel, ja. Ich hab auch 6 Stück, ne. Komm, wir holen dich von hier. Links, rechts und die, rechts und die, wir holen dich, wir holen dich. Da fliegt jemand. Auf zu uns. 120, 150. Der ist schüttel. Ich kann einen Usen und den töten. Ja, mach, 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 mach. Das ist gut. Das ist eh so, der im Busch. Nice. Hier rechts bei mir kommt zwei. Ja, ich komm. Im Busch, im Busch. Einer ist one, einer ist one. Ja, hab ihn, hab ihn. Der ist gewürftet. Einer im Busch, einer im Busch noch. Der im Busch auch, Ron. Komm mal zu mir. Oder lass den lesen. Ich hab einen genockt. Komm her, komm mal zu mir. Ja, ich komm. Nimm mal die Impulse. Wir müssen jetzt ohne Musen, Bro. Ich nehm die mit. Das ist der Boss, das ist der Boss, das ist der Boss. Lass dich links, links, links. Ey, der Boss, du bist richtig. Ja, der ist richtig nervig, Bro. Der ist so nervig. Okay, Bro. Wir, äh... Warte mal, wir gehen gleich. Ey, ich hätt ne Idee, was wir machen können. Das ist flach, man. Da ist vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Ja, 13, 19. Ein AP. Wir gehen hier auf den Baum, Bro. Nimm die Impulse. Impulse hier auf den Baum. Ja, okay. Nein, nein, bleib hier, Bro. Wir sind... Nee, nee, ich geh nicht auf die Baum. Ja, stimmt. Komm hier, komm hier, komm hier. Wir können auch hier rein campen. Guck, der ist safe. Lass da rein, lass da rein. Glaubt, oben sind zwei, aber... Lass hierbleiben, lass hierbleiben. Kommt berg runter. Er ist gut, glaube ich. Ich habe eine gute Pose. Wir gehen hier auf den Baum, Bro. Wir pullen uns gleich auf den Baum rein, dann. Ja. Boah, vor uns zweit mal Baum, die campen. Ja, die sind da im Busch, ne? Ja. Sohn kommt auch. Lass auf Baum, auf Baum. Ist das safe drin? Ja, ist safe, ist safe. Ist safe drin. Boah, wenn die runterschießen, sind wir tot, aber. Nein, nein, wir können hier runterspringen. Hier, guck mal. Guck mal, wir können hier runter, siehst du den Baum hier vor uns? Da können wir noch eins tiefer, ne? Da können wir direkt die Ecke unter uns holen. Sind direkt vor uns, ja? Ja, lass mal warten, lass mal warten, lass mal warten. Boah, kann ich auch da? Chill, dick. Boah, auf jeden Fall runter. Runter, runter. Komm. Warte, 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 ich bin hier eins. Komm mal, noch hier. Boah, ich sehe die. Einer ist one, hab einen, hab einen, hab einen. So low? Einer ist down, einer ist down, bro. Ich hab einen gedowned. Okay, 20, weiß. Der eine. Der 33. 70. Sieht durch, er hat verkackt. Hab ihn. Hinter uns, hinter uns, bro. Der ist one. Ja, guck das. Hinter uns zwei, bro. Hinter uns zwei. Die holen wir, die holen wir. 30, 30. Einer, hab ihn. Den anderen hast du, nice. Okay, chill. Ich glaube, im Busch campt jemand irgendwo. Ja, vor uns safe, im Busch, bro. Hier vorne im Busch. Ich hab Luftschlag, ich hol die. Da im Busch, da im Busch. Ich wurde abgecampt, ich wurde abgecampt. Komm her, komm her, komm her. Ja, ja. Einer ist vor uns, bro. Neben, oh, das bin ich umgebracht. Benutz Luftflager einfach, solange du hast. Ich bin auf dem Baum. Hey, im Busch ist. Einer ist da hinten, one. Hier ist noch einer, bro. Ja, okay, okay. Hab einen. Gut, der ist low bei mir. Hab einen. Hier ist noch einer, bro. Ja. Ja, der ist low. Ein auf P, ein auf P. Nice, Junge. Let's go. Easy, Junge. Easy, easy, easy. Geil. Geil, geil, geil. Erste Runde win ist wichtig. Erste Runde win ist wichtig. Für Selbstbewusstsein, Leute. Für Selbstbewusstsein. Huh. Geile Runde. War echt clean gespielt. Let's go. 45 Punkte, erste Runde, Leute. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das war big. FC. Kuss. Geil, 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 geil. Ja, sehr gut. Sehr gut. Die ersten haben gerade mal 27 Kills gemacht. Also sie sind... Okay, das ist gut. Oh. Uh. Vielen Dank. Ja, mal gucken, FC, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, solide erste Runde, Leute. Let's go, Leute. 20er-Bomb direkt im First-Round, Leute. Das ist geil. Schade, Milch-Friesi. Was ist da los? So, wo ist Lofty und Pinstrave? Was haben die an Punkte gerade? Da würde ich gerne mal Statements hören. Training aktuell nicht so, Bro. Zu viel zocken. Okay. 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 So, komm, die Runde nochmal so ordentlich, Bro, und dann, wenn wir jetzt die Runde nochmal gewinnen, dann ist schon mal die Hälfte geschafft. Dann wäre gut, dann. Mehr Punkte jetzt schon als im ganzen letzten Cup, den wir gespielt haben, im Duo Cup. Ja, stimmt. Erst, zweite Round jetzt, gerade. Ich glaube, ich habe gut, Rob. Ja, ich schaue. Oh, komm, keiner mit. Keiner hier. Gleich kommt wieder jemand. Nee, kommt keiner. Keiner hier. Gut, das ist gut. Komm, ich habe Sprengler hier. Sprengler. Ich komme direkt. Ich komme wieder. Oh, wäre es einfach. Wer macht den Haushalt? So, Haushalt machen mit. Das ist gut, Knopf. Mein? Ja. Oder was? Ja. Oh, passt nicht, Digga. Ist doch geil. Ist doch nice. Boah, eigentlich mache ich gar nichts, Digga. Ja, weil du ein Rentner bist, Junge. Ja. Boah, das ist Müll, Alter. Da müssen wir uns echt gut Placement holen. Oh, ein Pro ist schon mal drin. Okay, okay. Wer denn? Astro. SMZ. Kennst du den? Ah, den kennt man. Bro, wir sind die Pros. Die werden das gleiche sagen, wenn die uns gleich sehen. Oh, Stani und Mignob, die Legenden, Alter. Vorsicht. Vorsicht. Die ist ein grüner, äh, grauer auch, wenn du brauchst. Äh, ich brauch, ne, ne. Ich brauch eine God-MP unbedingt, die gute. Ja, die hat ich letzte Runde gefunden. Boah, der Loot ist hier so krank, Leute. Ich sag' ich ehrlich, das ist schon ein geiler Ort hier. Wo ist die Kiste? Da oben. Ich hab' Air-Strike. Ich nehm' mir mal mit. Air-Strike ist eigentlich schon, Bro, da können die, müssen die move'n. Die müssen move'n einfach. Oh, überleg' mal, ich find' nochmal Air-Strike. Boah. Hier, Air-Strike. Ich hab' irgendwo gehabt. Wirklich? Ja, hier. Hier oder was? Hier oben oder was? Ja, hier. Ne, unten. Was hier drin irgendwo. Beim großen Gebäude Main hier. Ich nehm' mit. Kannst du beide mitnehmen? Ja, ja, ich hab' hier dann. Ich hab' hier Air-Strike. Boah, ich guck'. Ah, hier, ja. Boah, wichtig. Da können die gar nix machen. Da müssen die ja direkt. Da holen die direkt rum. Ich hasse diesen Nebel. Ja. Alles ist in dichtem Nebel gehüllt. Scheiße. Hey, nur Müll, Leute. Nur grau, grau, grau. Gib mir noch ein bisschen was. Wißt du was? Hier ist eine Lille-MP, aber. Ja, ich nehm' mit. Ich nehm' mit. Ist besser als die graue, also ich hab' zwar die Gott-MP, aber in grau halt nur, ne? Ja, ich auch. Wenn ich die Ranger-Pump spiele und einfach, dann kann ich alle im Nahkampf anziehen. Ja, im Nachhinein auch ganz safe sein oder holen. Safe. Oh, ich hab' viel Q-Catcher. Q-Catcher. Okay, das ist alles. Ich hab' eigentlich guten Gut, ich sag' dir, ich bin echt zufrieden. Ich auch, wie das sechs Impulse ist. Wir haben die hier grad wiederbelebt hier vorne? Echt? Oder ne, ich bin doof, ne? Ich hör' irgendwas. Alles. Ja, das ist das Ding. Lass' mal Mine gehen, zusammen. Ja. Ja, mit der Ranger holst du echt alles im Nahkampf, das ist halt. Krass. Boah, ist gar nicht slackt, die Lobby. Das ist eigentlich gut. Wir müssen einfach gewinnen, irgendwie. Das wär' gut. Wir müssen das gewinnen. Wir müssen das gewinnen, das wär'... Big. Boah, ich hab' 300 Schuss, ne? Ich brauch' 300 Lampi. Lass' mal gleich zum Auto wieder gehen. Da, Richtung Auto. Dass wir uns schon mal Posi suchen. Bro, ich überleg' ob wir mit Boot rumfahren. Wollen wir mit Boot rumfahren? Boah, ich weiß nicht. Kennen wir aber. Ich bring' mir Angst an. Zwei Leute uns sehen. Gutes Aime haben. Ja, wir fahren ein bisschen weiter außerhalb, so weißt du. Boah, hier ist noch ein Dingsfisch. Schlüpft, da schau'n. Hey, komm, lass' mir Boot fahren. Oder? Ich weiß... Na, scheiß drauf. Nee, lass' Zonen laufen. Scheiß drauf. Oder wir können auch riften, ne? Aber vielleicht lass' mal vorne das Auto mitnehmen. Das wär' eigentlich am besten. Das muss ja da sein. Ich bin der Meinung, das bräumt immer ein Auto. Hast du einen Puls? Ja, sechs. Okay, sehr gut. Nein, passt das, weil ich hab' die Co-Catcher, weißt du? Hier sind noch Splashies, wenn du mitnehmen kannst. Ja, kann ich. Liegen da drinnen? Ich hab' BG einen, aber dann kannst du den mitnehmen. Nee, kann ich nicht. Aber hier ist ja auch dieses Klombo-Loch. Das können wir auch gleich nehmen, falls hier kein Auto sein sollte. Nee, ist kein Auto. Scheiße. Komm mal zu mir hier. Hier ist das Klombo-Loch. Ja. Oh, das ist Herr Lama. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Wollen wir kurz nach Tilted gucken, nach Auto? Nee, lass' mal hier hochgehen. Irgendwann können wir vielleicht die Dings, äh, Rakete mit Rakete reingehen. Aber vielleicht steht hier um noch ein Auto, das könnte auch sein. Ja, natürlich nicht. Oh, der Turm ist hier noch in der Zone. Nein, da gehen welche rauf, da gehen welche rauf. Da geht doch keiner rauf. Der geht nicht auf den Turm, geh auf den Turm. Okay, komm. Siehst du den? Ja, ich bin da. Nein, die schießen, die schießen nicht, scheiß drauf. Wir warten hier, wir warten hier kurz. Ich habe jetzt voll viel Nahkampf. Wenn jemand in den Nahkampf kommt, ich habe die direkt mit den Waffen. Sehr gut, ja. Warum hat die nur einen Schuss, die Ranger? Die hat immer nur einen Schuss. Du musst dir mal direkt nachnamen, Bro. Die macht doch 100 Schaden da. Die ist so übelst krass. Du musst direkt wechseln. Du musst einmal schießen und dann direkt zur MP wechseln. Ja, cool, jetzt sogar schnell. Guck mal, hier sind noch Dings. Ihr fliegt jemand, pass auf. Guck hier alleine. Die schießen noch nicht. Rechts, rechts, die Bordelung. Die haben gutes AIM. Die Minis splashe mich einfach. Warte, ich komme hoch. Äh, warte, ich splashe mich einfach. Das Mini einfach nicht. Ey, ich müssen wir holen. Können... Okay, splashe. Das ist Lerp-Chuck, oder? Ach, scheiße. Splashe, blashe. Schieß mal die Kanone kaputt, dann können die... Boah. Ja, von hinten. Will dem doch AIM. Wirst du richtig, glaube? Wir müssen irgendwie zum Strap-Chuck kommen, glaube ich. Hier. Hast du noch? Da ist echt einer. Wo sind die, wo sind die? Splash mal, splash mal. Ich weiß drauf. Naja. Slap-Chuck mit AIM PULS, komm. Ich weiß, wo der ist. Ja, aber wo sind die, wo sind die, Bro? Die sind da weg. Die sind rechts weg. Aha, ich weiß, die sind weg. Die sind weg. Sind die links weg, oder was? Ja. Ja, dann lass zum Slurp-Chuck. Safe. Safe, ja? Okay. Naja, guck. Lass laufen, lass zum Slurp-Chuck. Nee, Bro, die sind da noch. Ja, aber da sind andere. Wo reich, wo reich? Die sind vom Baum. Die sind auf Baum drauf. Ich sehe es, ja. Ich schieße uns ein. Nein, nein, ich schieße zum Slurp-Chuck, zum Slurp-Chuck, oder? Ja, meine ich auch. Ja, los, okay, los. Spring. Wie war die erste Slurp-Chuck? Alles gut. Ja, pass auf, hinter mir. Du rufst mit dem Mad-Kid. Ja, hinter mir. Ich muss kurz mit dem Mad-Kid gehen, ja. Wir gehen gleich in die Mitte, wir fliegen gleich in die Mitte rein. Alles gut. Dann müssen wir mit Kanone, oder? Nein, nein, wir können ja bitte mit diesem hochfliegen, mit diesem hochfliegen. Ja, meine ich auch. Ja, ja, aber du musst diesmal, du musst nicht verkacken, das hochfliegen. Ja, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich denke, es ist gar nicht so... Du musst einfach nur hochfliegen und dann den Hängenglider drücken. Mehr nicht. Okay. Weil wir können auf jeden Fall eine Posi taken. Äh, Dingsbums, wir haben Luftschlag. Ja, die schießen auch nicht, das war's, Digga. Nein, 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 komm, komm. Komm hier, komm hier hinten. Ich bin schon low. Hast du mir nichts noch, ich komm nicht. Bro, ich hab Rift... Kannst du Rift mitnehmen? Ich... Nee. Ich nimm mit, ich nimm mit Scheiß drauf. Komm mit, hier hoch. Und jetzt hier rein. Und dann hier aufmachen, aufmachen, aufmachen. Schön. Ganz hoch, Bro. Wir sind so big. Ah, so meinst du, Digga. Ich hab komplett verkackt, oder? Nein, wirklich? Ich bin einfach da reingeflogen. Nein, Bro. Die ganze Zeit. Achso, jetzt hast du. Bro, wir können jetzt so move... Oh mein Gott, wir können auch von der Haustah move. Naja, das ist wichtig. Hast du irgendwie... Dann... Nee, ich hab Grünleif dabei. Ah, scheiße, ich hab die Dinger jetzt nicht losgenommen. Komm, Hits. Oh, jetzt bräuchte ich mal die Coup Catcher. Aber ist egal, ist egal. Egal, wir holen gleich Leute einfach in Nahkampf. Ich hab God Loot für Nahkampf. Du musst long range, ich mach Nahkampf einfach. Weil da liegt God Loot, guck mal. Ja, ich will da aber nicht hin, Bro. Okay. Wir haben hier so gute Posi. Ich hab ganz viele Posi. Aber... Oh, guck mal. Hier liegt noch eine 50er. Oh mein Gott. Hier, guck mal. Nice. Drei sogar. Hier ist noch eine blaue Auge, aber ich hab die mit. Ich hab die mit. Da kommen wir ja nicht geben pro Kill. Nee, oder? Oder doch? Nee, nee, kriegen wir nicht. Nur noch 20 Leute, wir müssen irgendwie gewinnen. Hey, Rame, hier oben erstmal. Du hast eine Auge, ne? Nee. Äh, okay. Ich kann kurz eine hochnehmen. Ja, nimm mal eine mit hoch, dann kannst du mit schießen, weißt du? Ah ja, da auch. Ah, Bro, ich brauch hier mal einen Crewcatcher, scheiße. Aber wir haben Rift, alles gut. Oh mein Gott. Wir sind nochmal Zone, Bro. Naja, ich hoffe, uns sieht niemand. Wir können auch Haus rein campen einfach, wenn jemand reinläuft, haben wir die. Weil ich hab die Pump und MP. Ja, okay, dann lass rein. Das wäre ein Free Kill Sam. Am besten irgendwo. Oh, das ist krass. Hier oben einfach. Checkt da niemand. Das checkt niemand. Warte mal, ich mach hier oben kaputt, Bro. Dann kann ich oben gucken, ob welche kommen, weißt du? Ja. Oh mein Gott, ich hab hier so Baba-Posi. Bro, da, guck mal, guck mal, da kommen welche rein, da kommen welche rein. Könnten wir vielleicht holen. Siehst du den? Oh mein Gott. Oh mein Gott, serious. Alles klar. Luftschlag muss hier weg. Nee, das ist diese Javelin-Rakete. Okay, Bro, das sind die besten. Oh, zum Glück. Der hat Aim-Wort. Bro, warte, oh scheiße, ich kann nicht. Die müssen aufpassen, die wollen uns wahrscheinlich pushen jetzt, ne? Ja, ich camp hier jetzt, guck hier. Hier kann nichts passieren. Hier kann nichts passieren. Die kommen mit Auto vor uns? Ja, ich bin die Maus, die dürfen, ich hab eh eine Fun. Komm, wenn die reinkommen, hab ich die. Ein erstes One. Oh Gott, einer hat ich, egal, einer hat ich One, Bro. Nice. Ich lass dich nicht rein hier, ich lass dich nicht rein hier, ich lass dich nicht rein hier. Ich hab hier eine gute Pose jetzt eigentlich, die haben gut kaputt gemacht, eh und Männer. Aber die werden eh nicht pushen, die einen werden nicht pushen, weil die wissen, dass ich hier bin. Und die anderen werden auch nicht pushen. Da liegt noch ein 50er, ne? 4 Steps von mir, die sind in dem Busch drin. Ja, die sind in dem Busch, ich hab noch 4 Luftschlager, aber ich will die noch nicht werfen, weißt du? Ja, okay. Eigentlich müsstest du echt einen werfen, der ist da im ersten Busch, guck, bei dem ersten Busch, bei dem ersten. In dem. I'm not one. Ich bin tot. Komm rein, komm runter, komm runter. Ich hab Luft. Jeder kämpft ein Wursch, Digga. Überall ist ein Team drin. Ich hab ein Puls. Bro, die hatten noch Aim-Bot gehabt, die einen, Alter. WTF, die haben die gelasert, Junge. Jeder im Busch. Alter. Bro, wie die gelasert haben. Ich wund, ich hätte einfach campen müssen, Digga. Gar nicht blieb. Bro, du hast 200 Leben gehabt, oder nicht? Naja, 250 Euro. Bro, wie haben die... Du warst ja instant down, du kannst ja nix machen. Ja. Das war Aim-Bot, aber egal. Das war mit MP von da hinten. Naja, genau. Hattest du mit MP gelasert? Ja. Warte, schon, Digga. Ja, welcher Platz hast du mal gewonnen? Welche Placement war das? Nicht mal Top 10, aber... Schade, Top 10 hätten wir noch mitnehmen können. Ja. Ist das, Hannah. Ja. Naja, gut, hättet sich eh nicht wie geändert, sag ich dir ehrlich. Zehntel hätten wir 12 bekommen. Bro, ich nehm dir heute nächste Mal den Scheiß auf Airstrike, sag ich dir ehrlich. Ich nehm die nächste Mal Q-Catcher mit, da hätten wir uns richtig geil eindingsen können. Naja. Ich glaube auf 25 kriegst Platzierungspunkte. Ab, ja, 24, 25 kriegst du den ersten. Geil. Drei Minuten Warteschlange. Boaah. Bro, hart auf hart müsstest du eigentlich beide, die Ranger nehmen im Nahkampf, wenn wir ne gute finden, sag ich mal ne grüne oder blaue. Ja, müssen wir echt. Dann einfach wirklich campen im Endgame. Ja, einfach campen, nicht picken. Zehn Runden kannst du spielen. Ne, Bro, ich rauch nicht. Wer raucht Verlierer? Also klar, pfeifen und so rauch ich auch ab und zu mal, aber so rauchen, Zigaretten, Bro, keine Ahnung, wer hat Zigaretten noch raucht. Heutzutage, Bro, wer raucht Zigaretten? Real Rap. Oh, wie so ein Hot Drop. Ja, das ist gut. Kommt eh keiner mit. Das ist gut. Ja, klar, Elias. Ja, klar, Elias. Oh mein Gott, da kommen einige mit, glaub ich, ne? Alter, sind viele raus, sind viele raus. Aber ich hab, glaub ich, Top Drop. Du hast ein bisschen verkackt, ne? Ja, ja, aber wie geht's? Okay, ich hab absolute Top Drop, glaub ich. Ja, ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Aber der eine hat auch verkackt. Der eine ist schlechter als ich, der eine hat besser aus. Die Waffe hat der, ja, der hat der. Die Waffe. Wenn du runter springst, irgendwie, runter. Ja, der hat nicht Spaß. Hau ab, geh, 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 geh. Ja, krass, ich hab's sogar ein Rift. Rift, 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 scheiß drauf. Du kannst meine Karten nehmen dann vielleicht nochmal rüften, aber in die Rift, also. Da muss ich auch. Ich hätte gedacht, da ein Rift mit. Nein, scheiße. Keine Ahnung. Bro, das sah sehr, sehr fass aus, Digga. Ich schwör auf alles, er kommt aus der Tür rausgerannt und aimt direct auf dich. Ey, das war ja übers Hass, Leute. Das sah ja ganz komisch aus. Habt ihr das gesehen? Bro, als würde da Aimbot richtig reingekickt haben bei denen. Das sah ja ganz komisch aus. Bro, er hat doch die Waffe wirklich eine Sekunde vor mir gehabt, ey. Eine Sekunde, ich hätte einfach woanders landen sollen, scheiß drauf. Eine Sekunde war der wieder früher gewesen. Eine Millisekunde. So random, äh, early. Bro, das sah ja real-talks Hass aus. Er kommt einfach um die Ecke und aimt so. So, Bro. Er macht den hier, Digga. Ich kenne da gar nichts. Bro, macht der. Er kommt wirklich schon so um die Ecke. Er sieht ihn noch nicht mehr. Er kommt so um die Ecke. Ja, Warleg vielleicht. Ja, wir sind jetzt in Loot-Dobby auf jeden Fall. Keiner winnt hier. Nicht einer. Eしかos. Gericht hört er. Ja, ich kann nicht. Ich kann nur, потом. Ja. Oh, nein. Ja, ich kann nur über was. Bro, kommt keiner mit, keiner mit, nice, kommt gar keiner mit, oh hier ist nirgends wo einer. Na da, das sieht glaube ich, guck darum sterben die auch direkt, alle sterben immer, na egal. Oh ich hab ne blaue Ranger, boah ich nehm nie mit, scheiß drauf, ich sag dir echt, damit nehmen wir alles im Nachkampf auseinander, eigentlich müssen wir nur gucken, dass wir im Nachkampf alles auseinandernehmen, da können wir einfach campen, wenn jemand kommt, haben wir die Ehe, aber. Safe. Oh, Zone ist sogar, nice, Zone ist Baba mäßig, geil, können wir einfach Glück zeig zum Looten. Ich hab der Sprengler, ja ich komm, komm, ich komm. Ich hab ganz offen. Warst du main schon ja, ne? Ja. Ich nutt alles nebendran noch. Oh, früher waren die besten Zeiten. Soll ich normale Pumps? Ich bin eben blau. Die ist auch gut eigentlich. Ja, die kannst du auch spielen. Ich nehme die Ranger. Ich glaube nur die Ranger. Aber wir müssen eigentlich beide Ranger haben. Also vielleicht findest du die ja noch, weißt du? Ja, ne gut. So ne grüne Minimum. Grau ist nicht so gut. Boah, mir ist einer. Du musst kommen. Bro, ich bin weit weg. Der ist da drin. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Er war grad vor mir, hab ich gehört. Er hat gedacht, ich bin... Im Busch oder was? Oder im Haus? Da im Haus drin. Er geht hinten, er geht hinten. Er ist hinten, glaub ich. Schwimmen gegangen, hä? Schwimmen. Warte, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab auch ein Boot. Ich fahr mit Boot, fahr mit Boot. Der schwimmt weg. Der ist out of zone gleich. Scheiße. Der Arme, Bro. Der will gleich einsteigen und ich werde schon umsteigen. Guck jetzt. Bomb pump. Digga. Du hast ja absolut... Das Einsteigen wird direkt. Du hast ja so hoch genommen. Der Arme, Bro. Warte, mach ich mal die lila mit da. Na, das ist gut. Bro, die hast du ja absolut hoch genommen. Der Arme. Ich hab schon einen schönen 175er pump gegeben. Guck mal, da ist noch Dings hier. Komm ich hoch? Ja, komm es nicht hoch. Ja, komm es nicht hoch. Ich sag gerne. Nicht. Doch, doch. Komm es nicht hoch, Bro. Nö. Da, Bro. Komm es nicht hoch. Komm es nicht hoch. Komm es hoch. Komm es hoch. Wir haben alles, wir haben alles. Alles wird nur noch kommen. Wir haben alles. Alles wird nur noch kommen. Los, ich sag es nicht. Ja, ich sag mal, was weiß, eine andere andere Seite. Ich sag es nicht. Was ist der Nachfrage? Der arme Bro, er wollte richtig so auf Save spielen. Ja, er war noch Solo. Er spielt einen Solo. Ja, sein Kollege war schon schon down. Lass Mine gehen, oder? Ja. Oh mein Gott, ich hab 6 Splashes. Ich hab auch, ich hab auch. Auto holen irgendwie wieder? Ja, lass gleich mal. Erstmal Mine gehen kurz einmal und dann Auto holen. Obwohl, ich bin eigentlich Full-Bow, eigentlich müssen wir nicht mehr Mine. Ich hab alles, ich brauch eigentlich nichts mehr. Ja, dann lass uns nach Auto gucken. Ich nehme unten auch schnell die Kiste mit. Oh, nochmal einen Skulls. Ab 6 jetzt. Ja, nimm du die mit, sehr gut, sehr gut. Raus dann, Rift. Kann sein, echt? Nein, nein, es ist kein Rift. Ein Lama verschieben jetzt durch dann. Nochmal. Boah. Eigentlich muss ich die auch mitnehmen. Scheiß drauf, ich lass den Biggie liegen. Oder? Ja, ich brauch die, Bro. Die sind schon richtig eigentlich. Ja, ja. Aber hast du eine AUG jetzt mit? Nee. Gar keine AUG? Nee. Ich hab Pump und MP gerade. Guck mal, da oben. Ich bin komplett benach, komplett ready, aber. Ja. Komm welche mit Auto links? Ja, da müssen wir einfach eh campen. Ja, da müssen wir einfach eh campen. Ja, da müssen wir einfach eh campen. Der ist Solo, pass auf. Kannst du Autocode machen? Hast du Hit? Das ist echt Solo. Ich hol den, okay? Ja, ich komm mit. Ich komm mit. Ich hab eh genug. Warum hat er so viel Impulses? Noch? Ja, okay. Bro, der wird driften. Er hat vier Impulses geworfen. Ja, er wird driften da. Ja, ich komm mal zu dir. Komm mal zu mir wieder, weil da oben sind auch welche. Da ist die Blau. Ja. Die fighten da gerade? Wir können da hin, oder? Ja, wir gehen ausweiten. Ich hab Pump. Ja, los. Die Rift, die Rift, die Rift. Die Rift, die Rift. Die Rift. Ich weiß doch. Ich hab nicht an. Boah, eigentlich nur ein Auto hier. Komm mit nach oben einmal hier gucken, ob da ein Auto ist. Naja. Ah, haben die schon mitgenommen. Lass zum Haus da vorne gehen. Naja. Boah, nee, Bro, Bro, Bro. Wir müssen eigentlich... Wollen wir zu dem Haus gehen, wo die gerade geriftet sind? Ja, ich weiß nicht. Wäre gut in der Zone... Boah. Der Daim hat sich gereicht. Da könnten wir hinfliegen. Wäre gut in der Zone. Ja. Ja, das ist hinfliegen. Gucken, wenn da welche sind. Wenn nicht, dann machen wir erstmal defensiv ein bisschen. Da ist einer. Ja, okay. Das waren die, die low waren. Die hauen ab, die hauen ab, die haben ab. Die hauen ab, die haben ab. Lass wir hier reingehen, komm. Wir müssen nur campen, mehr nicht. Ja, komm, komm, komm. Einer hast du morgen. Scheiß drauf, einer hast du morgen. Ist egal, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Ich camp glaube hier oben. Ja, wir campen hier. Hier ist noch ein Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Bro, wir können auch in den Keller gehen, ne? Stimmt. Wo war der Keller hier? Hier, Bro. Das ist gut, das ist gut. 3. Einmal jetzt, bitte. Komm. Das kommt eh einer, irgendwann. Ich hoffe mal kurz, ob oben noch was liegt. Bro, ich geh mal hier und wir sehen ja eh, wenn es selbst einer kommt, weißt du? Ich kann hier nämlich direkt Treffer abaimen und kann ihn direkt runnen, weißt du? Nein, das ist, ist das die vierte Runde, doch, ne, doch ist die vierte Runde, doch, doch, das ist die vierte Runde, das ist gut von der Zeit, ja, Zeit, ja, passt gut, wir müssen jetzt aber gewinnen. Ja, bis 22 Uhr, aber wenn du jetzt erst anfängst, dann wirst du halt, glaube ich, den Skin nicht mehr schaffen, Sarah. Äh, also, ja, ihr könnt natürlich noch zocken, aber Skin, glaube ich, würdet ihr nicht mehr kriegen. Ah, Frankfurt spielt ihr heute, stimmt. Äh, ja, ich werde es wahrscheinlich nicht gucken, Bro, bei VIP-Cup spielen. Aber ich hoffe, Frankfurt gewinnt, Leute, ich hoffe wirklich, Bro. Ah, ja, ist schon wichtig zu schauen. Ja, Cup geht leider vor, Bro. Ja, schon geil. Cup geht leider vor, Skin, Leute, Fortnite geht über alles. Braucht es Rinnen, Digga, braucht es doch. Das ist dein Lieblings-Skin, ne? Ja, wollte ich schon immer. Ich brauche euch jeden Tag den Tipp. Jeden Tag spielst du, Junge, ja, stimmt, das ist, jeden Tag und seine Videos. Ich hatte doch nie alles geschaut, Digga, egal. Dann kommt dein Skin, Junge, dann gewinnen wir den Cup. Ja, das wäre geil, Leute. Eigentlich das Icon-Skin-Cup. Oh, hier bekommt! Ja, okay, noch nicht. Nein, Skin Cup gehen wir. Ich muss ihn pumpen, er ist gerade. Scheiße, aber wir sind Solo, aber. Willst du einfach hochgehen? Nein, lass das so. Komm! 130! Er hat 1 AP. Ach, du Kacke, wie finde ich denn mich? Nein, er hat sich geflascht. Der Ebenlose. Warte, ich hole dich, ich hole dich, alles easy. Ich hole dich, Bro. Ja, du musst aber auch die... Ich hole dich, ich warte aber Zone ab. Ja, ja, warte, bis sie kommt. Hey, was hat die für ein Pump gehabt? Guck mal. Safety, krass, oder? Oder gar keine. Keine Ahnung. Ist egal, ist egal, ist egal. Ist nicht schlimm. Ich hole dich, Bro, wir haben hier so viele Dings dann noch. Spashes und so. Oder macht es dann noch 5er Damage? Wenn die ankommt, ja. Oder jetzt schon? Nein, jetzt noch nicht. Jetzt ist es 2er nur. Aber ich habe einen A-Impuls. Du musst ja nur... Guck schon mal auf Dach, ob da jemand ist. Da ist eh niemand. Außer jemand will auch rebooten. Ich gehe wieder zurück, 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 zurück. Jo, let's go, ich gehe dahin. Ich werde aus Lufgold, maybe. Wir haben keinen Aim. Vor mir. Ja, ist einer. Gehen, Keller, Bro, gehen, Keller, gehen, Keller. Ich habe 6 Splash, also nicht. Brauch Muni, brauch Muni. Komm mal. Oh, oh. Geh hier hin. Einer will, Mann. Ich nehme Puls raus, Bro. Ja. Ach du, Kaffe. Ich lebe. Hau ab, hau. Ja, du viele. Ich kann nichts machen, Mann. Ich habe keine Pulsis mehr. Ist da einer? Ja, 3 Leute. Scheiß drauf, ich bin Solo. Scheiß drauf. Ja. Ja, scheiß, nächstes Mal, wir pushen einen Typ nicht. Das war Unlück. Ja. Oh. Wie hätte er mich gefinisht überhaupt noch? Ist egal, wir haben noch ein paar Punkte jetzt gerade. Ja, ich bin nur noch ein paar Punkte, ich bin nur noch ein paar Punkte. Bro, ihr lügt mit 131 HP Ist egal, zwölfter Platz, war solide, Bro 130er Pump gebe ich ihm und verliere einfach Verbesserung Bro, lass wieder Auge spielen, glaubt mir, lass wieder Auge spielen, spiele Auge, da können wir keine Pump mehr, oder? Ne, ne, lass wieder MP Pump spielen, äh, MP Auge spielen, glaubt mir, wenn wir gute Pose haben, wir haben ein gutes Aim, so weißt du, dann können wir die locker weglasern. Neun von zehn Rund und einen Punkt. Easy. Ah, das ist stark. Wie viel hat SU, Leute? Wie viel haben Lofty? Was hat Dave Knight? Können wir mal Punkte kurz reinschreiben? Würde mich mal interessieren. Sign of Station, ne? Ja. Ne, Kipp-Weltwaffen gibt's im Arena anscheinend nicht, oder in Cup gibt's nicht, zum Glück auch. Aber sie sind ja schon teilweise bisschen broke, muss man sagen. Auch halt sehr random. SU 53 Punkte, okay. Und Runde fünf. Äh, Bro, hier kommt keiner mit. Doch, 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 ein Team kommt mit, ich bin da bei erster. Zwei Teams, zwei Teams. Bro, lass mal hier landen. Ich bin der Einzige, der Dach landen kann, aber ich bin der Einzige. Du kannst Dach landen? Okay. Okay, dann land ich hier vorne drin. Die Nights, die haben alle schlechten Lock. Wenn ich ne Waffe hab, aber... Keine Waffe. Bro, hier ist nix. Die fighten direkt vorne. Die sind vorne gelandet, Bro, hast du ne Waffe? Ja, MG, aber... Bro, ich hab gar nix hier. Ich hab nur Ranger. Haben die schon gefeitet? Ja, die haben schon gefeitet. Ah, okay. Bro, ich hab kein... Ich brauch Healung, Alter. Die sind da auf jeden Fall noch, hier vorne, ja? Naja. Ich zieh einen. Ja, ja. Ich heil die mal noch nicht. Ja, okay. Komm mal einmal zu mir, dann können wir hier einmal hier uns die Schilddinger holen. Ja, komm. Bro, ich hab gar nix. Ich weiß wieder. Ja, mach. Ich muss jetzt hier nach links. Hier ist auch ne grüne. Habe ich. Gut. Ja, Schild wär geil, Bro. Können auch die eigentlich reingehen, aber... Ich will jetzt nicht nur noch Schild rein. Ich hab jetzt n Bege getrunken. Ah, die geben sich grad Schild... Schränkler da drinnen. Ja. Kommen wir zu mir, vielleicht können wir die gute Hits... Oh, mir sind zwei. Komm, komm, komm. Ganz viele Steps. Zwei Steps direkt vor mir. Pass auf. Komm, ich hab nen Rift, ne? Ich bin safe grad. Guck mal. Hast du Impuls? Ja, hab ich. Warte, ich geh aufs Sache. Ich geh aufs Sache, Bro. Ich hör die. Ja, die sind unten. Ja, okay. Warte, warte, warte. Bro! Er campt da oben, Bro. Er campt da oben. Nee, nee, haupt in zwei, in zwei, in zwei, in zwei. Nein. Ey, warum campt? Hey, ich war unten, Digga. Ich hab gedacht, die wären auch unten. Ach, Sche... Ja, Bro, das hat keinen Sinn, wenn wir kein Leben haben. Scheiße, Alter. Oh. Ach, Scheiße. Bro, er campt da und sitzt da. Ey, das sind wirklich so ne Ottos, Junge. Ich bin halt so zu mir Leben gehen. Oh. Ich dachte, die sind noch hinten, Leute. Hinten eben noch, Digga. Ey, der hat noch zwei und Leben, der hat wieder alles gehabt. Alles. Ja, jetzt kommt die sechste. Äh, wird umgebaut, Bro. Das Aquarium. Ja, ist egal, wir haben ja eh noch Dings, nur noch Dings hier. Das haben wir jetzt noch eine Stunde, also das ist mal Zeit her, das ist jetzt passt, aber wir müssen jetzt noch zu Ende spielen, die Runden. Oh, Bro, wir sind wieder Hot Drop. Scheiße. Ist aber jetzt, wenn wir den Zimmer verkacken sollten, wäre jetzt nicht so schlimm, aber da müssen wir echt die anderen Runden absolut performen. Ja. Ja. Ja, kommt. Ja, landen wieder zwei Teams, denke ich. Oder einen mit ihm. Was? Wo gehst du hin, Bro? Ich hab besten Drop, aber. Ich hab besten Drop dieses Mal. Ich hab auch die AOC. Ich geh unten direkt, geh unten direkt. Ich geh auch unten. Er hat Makros, Digga. 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 Er war noch am Fliegen, hat schon die Waffe, bevor ich... Was? Ich... Ich war viel früher, als er am landen. Ich war schon genau mit alles. Oh. Das hat weh, der Digga. Und dann spammt er dann einfach, dass er die Waffe zuerst kriegt, oder was? Ja, ich war schon... Ich hätte die Waffe abmüssen, 100%. Ich war so früh vor ihm. Oh, guck mal. Ist nicht eine Kiste. Ist nix. Liegst du in der Halle drinnen, oder was? Ja, ja. Ganz in der Mitte, ja. Und dann nicht drinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Mit Knob da? Mit Knob da? Äh, äh, Dingsbums. Äh, Dingsbums. Entweder beide Runden Top 10 oder eine Runde müssen es gewinnen. Ja, hier läuft es schlau. Save, 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 save. Also ganz klar, ich muss jetzt, wie gesagt, zweimal Top 10 am besten. Ja, Bro, aber wie wir wieder geholt worden sind. Das ist so cringe, ohne Spaß. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Top 200, oh. Top 1200 sogar nur. Oh, okay, Bro. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mindestens beide jetzt Top 10 kommen, sonst würde das nichts. Sonst kannst du direkt vergessen. Boah, okay, das ist knackig. Top 1200. Ja, ich bin auch nicht geil, dass es killt, einen Punkt bringt, Bro, das ist halt ... Das supportet halt die Camper, ne? Kann man irgendwie hier seine Dings nehmen, ne? Ich bin kacken. Ne, Top 1200, ich dachte auch Top 1800, eigentlich schon mal 1800. Bro, wir sind auch so oft early gestorben, Alter. Wir haben echt ... Irgendwie ist das ... Verflucht sind wir. Mitnob! Ist gar nicht mehr da, der ist jetzt Rente gegangen. Also dann ... Ich bin einfach nur ... Ich bin einfach nicht der Weg ... Ich bin davon. Ich bin einfach nicht der Weg, oh ... Ich bin einfach nur ... Ich bin eine saure Kuh. Boah, Konto-Level 3444. Lol. Krank. Erste Runde so gut gestartet mit 45 Punkten, Bro. 45. Wir müssen einfach wieder wie Erste spielen. Wirklich nur Zone warten, campen, Zone rein impulsen, wenn Zone gut ist und ansonsten gar nichts machen. Das würde die Meter sein. Das werden wir jetzt auch machen. Soll ich es suchen? 500 bis 600 Grad. Ja, du hast recht. 107 Punkte. Ich spitze gerade so, ne? Bro, wir sind einfach dabei, den Skin gratis zu holen. Geil, wir sind Top 500 bis 600 ungefähr. Hier sind 108 alle. Der zweite Skin vielleicht gratis. Ja, wir sind ungefähr Top 600. Oh, 9 ist das Match jetzt. Ich habe das jetzt nicht gesehen gehabt, Leute. Jetzt nochmal Top 2, 3 wäre echt schmackhaft. Plus diese Bonus geht's, Leute. Die kommen, die rushen uns und auf einmal. Ich fliege in die Luft und bam. Bam. Hi, Stani. Hallo, Stani. Na? Das Film läuft ja auch. Das ist cool. Komm her, Junge. Stani, komm, Junge. Boom. Hallo. Yo. Jetzt reicht's mir, Mann. Jetzt gewinnen wir. Wir müssen auf jeden Fall entweder zwei Mal. Hier läuft das Film gar nicht. Wir müssen zweimal entweder Top 10 kommen oder einmal gewinnen. Ja. Ansonsten kriegen wir den Skin nicht, ne? Den Skin brauche ich, Mann. Nee, ey, Bro, ich sag dir auch ehrlich. Egal, ob jetzt einer One ist, wir gehen nie wieder hin pushen. Nie wieder. Scheiß drauf. Junge, ich bin die Runde als erstes gestorben. Nein, 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 wir gehen einfach nicht mehr hin und pushen, sag ich dir ehrlich. Ja, ich mach... Das bringt nichts. Das ist so dumm, Bro. Ich weiß auch nicht. Wir machen einfach wieder diese... Wir holen uns Impulsgranaten und machen wieder diese Impulstaktik. Wir, Bro, wir campen, sitzen irgendwo und wir pulsen uns auf Baum und so eine Scheiße. Anders geht das nicht. Ja, müssen wir. Wir brauchen jetzt. Anders geht's nicht, Leute. Anders bringt's nichts. Anders hilft das nicht. Ist auch zu warm gewesen, Mann. Ja, scheiß drauf. Hast du Klima-Lage? Ich hab Klima-Lage, klar. Ja, guck, Digga. Bro, bei mir sind hier entspannte 18 Grad drin, Junge. Okay, wir waren über 30 oder so. Das ist fetzt, Leute. Hier ist schön entspannt bei mir. Ja, wir dürfen jetzt wirklich Early-Shermen. Early-Shermen wäre jetzt absolut, Bro, absolut. Wir müssen uns zweimal überlegen, ob wir, wenn da welche landen, auch da landen. Das sag ich ehrlich. Ja, Bro, es ist einfach nur ein Camper-Cup, MBK, sag ich dir auch. Das nervt richtig, Alter. Die müssen das wieder machen. Zwei Punkte pro Kill. Ansonsten hat das für mich... Und es gibt eigentlich nicht mal Autos. Also, die Leute haben einfach wahrscheinlich Zonenglück, sitzen sich dann im Busch rein und dann, äh, Dings. Bro, wir haben 35 Eliminierungen, so. Das... So viel hatten wir, wir hatten, glaube ich, im letzten Cup 40 gehabt oder 42, 45 oder so. Hm. Leute, was hatten wir im Chica-Cup gehabt nach 10 Runden Eliminierungen? Schreibt mal rein. Ich glaube viel, also nicht viel, 40 oder so, 41, ne? Machen die so viel Heal-Off, oder was? Ja, wir waren halt nur einmal Endgame, wir haben halt gewonnen, ne? Ja, okay. Bro, lass zwei in der Station landen. Gucken, ob da welche mitkommen. Äh, weil Conker Spade wäre, wenn safe welche gehen, weißt du? Ja, safe. Ich würde es ungerne, ungerne jetzt riskieren, da nochmal hinzugehen. Lass die in der Station gehen. Letzte Cup hat einen Tick mehr gebockt. Mit zwei Punkten pro Eliminierung. Weil da war auch nicht so stuck die ganze Zeit. Die Leute haben sich ja schon bewegt, schon auf Kills gegangen und so. Welcher war das? Das war dieser Chica Cup, da wo du FNC erst gemacht hast. Und bei Trio war doch auch zwei, oder? Ja, bei Trio war auch zwei. Drei sogar, glaub ich sogar teilweise. Trio war am besten, ich würde es haben ja auch gewonnen, weil es viele Killspunkte gab. Ja, genau, weil die Leute nicht so gecampt haben, weil es auch aufs Killsand kam. Nein, da kommt auf jeden Fall einer mit bei dir. Ja, da kommt ein Team mit, Bro. Ich werde nicht mehr verlieren, nie mehr. Oh, Bro, die kommen gut. Obwohl, der eine kommt Müll, der eine kommt Müll. Der kommt hier, der geht's direkt hier unten. Okay, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich die auch. Jetzt, ich bekomme die, ich bekomme die. Ich muss die bekommen. Hab sie, diesmal habe ich sie. Endlich. Haben. Ich habe keine Waffe, Bro. Okay. Komm zu mir, komm zu mir, ich habe Waffe. Ja, ich brauche Muni. Komm her, ich kann die MP geben. Hier liegt die MP. Okay. Aber einen geholt ist gut. Ja, er haut ab. Minis. Ich hol die Karte, ich brauche Minis. Bro, ist sie drinnen? Ja, ich komme. Hab ihn, hab ihn. Let's go, endlich. Ich hab, hätte ich die Waffe jetzt wieder nicht bekommen? Ne. Bro, das wäre, dann hätte ich echt dann Handy über den Kopf. Die landen trotzdem auf der Waffe, auch wenn ich früher da bin, weil die irgendwas anhaben, weil die wissen, die können irgendwie Waffe bekommen. Das macht doch niemand. Ja, deswegen, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich hab fast, kurz. Wie auch einfach. Ich komme zu mir. Er ist weggeflogen. Geil. Keilerwob. Wir gewinnen jetzt und da gewinnen wir wieder. Wir haben das vorher gemacht. Letzten Runden gewonnen, jetzt machen wir jetzt wieder. Das stimmt. Bei Trio war das auch, oder? Ne, bei Trio war das auch. Ich glaube auch, ja, ja. Also, wir sind in den letzten Runden, blühen wir mal auf. Aber ja, wir sind nicht. Wir haben zweimal Wing gemacht, mit 15 Kills. Das war noch, das weiß ich noch, glaube ich. Ich glaube, wir sind auch zu gut. Ich sag dir echt, weil wir gehen nochmal rein und sind nicht so eine Schimmler, Bro. Aber jetzt, jetzt gehe ich nicht mehr rein. Ne, ne, das scheiß auch wirklich. Das bringt halt auch nicht. Das bringt einen Punkt, so weißt du? Ja, und dann ist mein A tot. Aber wenn es auch keine Autos gibt, check ich auch nicht ganz so. Lass dich die Mino noch nehmen. Naja, kommen gleich. Ich gehe mal hier nach vorne, du, weil da warst du noch nicht, ne? Hier vorne. Ne. Sprich nur im Puls, Alter. Ich habe einen nur. Nein, ich brauche unbedingt noch einen Puls. Boah, ich habe Lila auch. Wichtig, Alter. Du kriegst die Jagd. Ja. Aber ich weiß auch nicht, oder? Aber wahrscheinlich von da vorne, weißt du wo? Na, ich kann denken. So, kannst du hier Dings mitnehmen? Das Bläsch, willst du mal? Ja, ich habe vier. Ich kann zwei mitnehmen. Geil, dann kann ich nämlich zwei Sprenger mitnehmen. Ich spüre auf. Bis zum nächsten Mal. Ach tja, hast du Dings hier gefunden, ey, ne? Impuls? Ne, ich hab nur eine. Ja, wir müssen noch schnell Mine einmal gehen, Bro. Vielleicht, dass du dir Impuls hast. Ich fahr ganz kurz zum Looten. Warst du Mine? Ja. Ganz schnell. Ich hab nicht alles, aber viel. Ja, ist egal. Lass driften, würde ich sagen, oder? Ja. Naja, lass driften. Ich hab eigentlich guten Loot, Bro. Ich hab richtig gut Heal. Ich hab ne graue Auge und ne graue Kack-MP. Bro, Auge hab ich eigentlich gefunden gehabt. Ja, aber ich hab auch ein paar gefunden. Ich hab die eine verloren, die Grüne. Aber wir sind Duo, helf mir! Oh mein Gott. Da direkt neben mir. Unter mir, die sind dogshit. Komm rein, komm rein. Schildcrack, Schildcrack. Ich komm, ich komm. Der checkt gar nichts, da geht einmal Wasser rein. Ich hab den gleich, einen AP. Hab einen. Der Kollege riftet. Ja, okay, gut. Entschuldigung, Mads. Vielleicht kann ich aus der Luft fahren. Nicht gutes Aim auch. Wo ist er, wo ist er? Wo, wie der fliegt. Er fliegt ja. Ich seh nicht. Egal. Der ist komplett weg. Ich seh ihn nicht mehr. Der Mate hab ich auch. Er hat nur Flopper gehabt, richtig viel. Ja, die wollen wahrscheinlich viel aufmachen. Ah ja, da sind zwölf Flopper. Ja. Ich kann da riften, ne? Nein, ich komm. Ich komm nicht mehr hoch. Ja, ich bin da. Und los. Lass erstmal hier zum Haus. Flieg mal, oder fliegen wir direkt weiter? Ich glaub wir fliegen... Warte mal. Lass direkt weiter fliegen. Flieg direkt weiter. Hm, ja. Immer noch einen Impuls, Mann. Okay, wir nehmen jetzt die Seilbahn, Bro. Ja. Vorhin sind welche da unten. Okay, okay. Check gar nix. Hier zum Turm, zum Turm. Den hier. Okay, okay. Der checkt gar nix. Guck hier, schieß auf den. Beim Baum. Wollen wir? Das... Chill Crack. Minus 120. Der ist runter gesprungen. Der ist runter gesprungen. Ich glaub, der kann... Ja, der war kurz. Nochmal 30. Nochmal... Bei den Minus 100. Wo sind die? Hier, hier. Direkt hinter der Wall. Oh, auch war leer. Den hol ich vielleicht. 30, 30, 90 nochmal, ey. Willi, warte. Kann man hier jumpen? Ich muss kurz nach vorne mit Kanone gehen. Bisschen nach vorne. Ich seh die, ich seh die hier. Komm mit mit Kanone, komm auch. Der war High Ground? Okay, die hab ich, die hab ich. Geh auf den, geh auf den. Der andere kommt hinter dir. Oh nein, er hat nicht... Bro, dieser Ehrenlose! Was? Naja, okay. Er hat mich gewampammt. Ich hatte 180 Leben. Ja. Ich hab den nicht mal ne Pfau. Ich hab den nicht mal ne Pfau. Digga, ich scheiß durchs auf. Wir dürfen nicht mehr pushen. Bro, das. Wir müssen jetzt gewinnen. Hey. Wir dürfen nicht pushen. Das ist dumm. Das ist dumm. Für einen Punkt... Wir dingen durch die ganzen Map durch. Ein Punkt. Für einen Punkt, digga. Für einen ziehen. Das bringt nichts. Zwei Punkte. Das bringt wirklich nichts. Hat er mich auch... Ich guck mal kurz. gibt mir auch mit 140 144 mir 180 doch an die hätten doch die hätten doch ich muss mir gewinnen er gibt mir 144 und bei dir dreht er sich um gibt ja auch direkt 180 er schießt nicht einmal daneben gibt zwei double headshots 180 und 150 alles klar bro was hat er gehabt mythisch oder was war denn gab grüne wahrscheinlich grüne striker pump das ist doch nicht leute das ross wir nicht erzählen das braucht ihr mir noch nicht das ist so dumm mit diesen placement points was sie gemacht haben das ist so schlecht so schlecht alter sagte ehrlich das ist echt lächerlich bock doch nicht mehr ist die röse nur am schimmeln ein punkt nur ein kill bringt ein punkt sie sind so am schimmeln schimmeliger geht es gar nicht ja das ist halt es gibt keine autos mehr das ist halt so ein zon glück was du haben muss oder du bist halt so wie wir und rennt einfach rein so ist was er dumm ist bei den kappen ja ich weiß dass wir ein bisschen zu offensiv sind ja klar aber ach keine ahnung er kommt auf jeden Fall schon einer mit aber du hast gott er kommt auf jeden Fall wie hat er dich eingeholt er ist besser er ist der beste leute er ist der beste flieger der welt ich habe nichts ich habe nichts α truck ich komme 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 ich komm auch nicht плюс wäreéis Auf da, auf da. Ich bin safe. Nein, gut. Der eine ist da. Er pufft mich, glaube ich. Er hat den Arm. Er hat den Arm. Er hat den Arm. Er hat den Tag. Was ist denn? Nein, du hast ihn. Bro, du lagst gerade. Du hast glaube ich ein Inter-Problem oder? War das Discord? Nee, nee. Ah, ist Discord. Warte, ist Discord. Nee, nee, ist Discord. Ich muss gut China lagst. Ist Discord. Ja, sag mal was. Ja, ist Discord. Ich spinne manchmal. Bro, er hatte, dass ich das gewonnen habe. Er hatte Drumgun alles gehabt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Oh, mein Schatz. Komm her. Ach so, wenn du mitgetastst. Das ist gut. Oh, mein Schatz. Ja, ich bin auch. Also, Healoff, wie gesagt. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt. Das ist halt so. Keine Ahnung. Ich finde es halt, war ganz lustig gewesen. Die haben es gemacht. Ey, geil. Haben sich da einmal FNCFS qualifiziert. Geil und so. Aber dann reicht es auch wieder mit Healoff. Muss nicht sein. Ah, Discord spinnt so rum, Bro. Es hat 115 Punkte. Geil. Warte mal. Oh, kurz. Warum lagst du? Guck kurz. Also, hier lagst du gerade nicht bei. Aber das ist auch noch. Ah, ich habe einen Puls gefunden. Nice. Die Leute sind grüner. Zwei Leute. Bei uns, oder was? Ja, ja. 50. Hier ist noch eine grüne Auge, wenn du brauchst, ne? Ah, ich komm. Die wollen. Oh, hier bei mir landwäsche. Oben, oben, oben. Ach, ich komm. Oh mein Gott, du bist so weit, Leute. Alles gut, alles gut. Ich habe Rift. Ich habe auch noch zur Not. Oh, hier bei mir landwäsche. Hä, die sind vor uns gelandet. Das sind dumm. Hä? Bro, ich check das Game nicht. Ja, die waren auf jeden Fall irgendwo da oben gewesen. Geh mal nicht. Ah, Sophie. Ich bin Rift mit, scheiß auf. Wir müssen Rift schwimmen. Rift nicht sterben. Komm hier links, 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 links. Naja. Es könnte sein, dass die Mine weitergegangen sind. Außer die Cam jetzt hier im Busch, das ist mir eh egal. Ich glaube, diese Mine dann. Ich habe noch mal einen Puls. Hast du einen Puls? Nein, nein, nein. Ich glaube, gleich mal zwei. Bro, ich habe auch noch einen Puls. Komm mal, ich habe jeder drei dann. Jeder drei. Das ist wichtig. Bro, du kannst die Ranger auch nicht spielen, ne? Ich spiele Ranger und Auges. Nee, das ist Müll, Bro. Glaub mir, das ist Müll. Das ist absolut Müll. Das ist Ranger kannst du nur mit MP spielen. Glaub mir. Ich feiere die auch, aber ich habe die schon, das kannst du vergessen. Du wirst ausrasten. Glaub mir. Okay. Die Augen in der Piausche ist gut. Lass mich nochmal kurz gucken. Hier war keiner. Ich würde auch gerne Ranger spielen, aber es ist leider... Okay, lass uns ohne gehen, oder? Ja. Warte mal, ich habe eine Idee. Komm mal mit. Okay. Wir könnten eigentlich mit Boot fahren. Das laufen ja, weißt du, Scheiße. Oh, da oben auf dem Berg sind welche, Bro. Zeig dich nicht, zeig dich nicht, zeig dich nicht. Wir haben uns gesehen. Nein. Ich steue an dir nach, ich mache es so. Sie sind da unten, Bro. Sie kommen hier links hoch? Ja, beide. Ja, komm hoch. Wir können die gleich lasern von hier rum. Oh mein. Ja, den hinteren vielleicht. Ah, scheiße. Das ist in der Zone. Wir gehen halt ins Zone rein, wir können gleich auf den... Das ist aufs Haus hier, aufs Haus hier, Bro. Guck mal. Ich wurde abgecampt im Haus. Oh, komm her, komm her. Hab einen, chill, hab einen. Okay. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Hab beide. Nein, ich werde immer abgecampt. Wie? Das ist so sch... Digga, das ist zu krank. Das ist zu krank, Bro. Das ist zu krank, Bro. Das war doch noch nie so, Digga. Ja, weil es Placement Point gibt, Bro. Das ist das Ding. Trotzdem, Digga. Das ist nicht mehr noch. Egal, das waren Bots. Hab gedacht, ich bin tot. Schon wieder, Bro. Einer ist bei uns gelandet, guck mal. Wo, wo, wo? Er fliegt noch, deine fliegt auch noch. 26. Ah, okay. Wir können aufs Dach, oder? Ja, lass die links lang gehen, lass mal links lang gehen. Okay. Bro, die sind gar keine Autos mehr. Gibt's auch nicht. Aber Hunde sind hier, Bro. Das check ich halt auch nicht. Die laufen nach hoch, Bro. Da. S1. Nein, Digga. Scheiß, ist egal. Scheiß drauf. Lass links weiter gehen. Wir gehen direkt in die Zone. Macht gar keinen Sinn hier. Da brauchen wir einen Kill. Es bringt ja nix, den einen Kill sich zu holen, Leute. Neben Mesa, pass auf. Der schießt auf mich. Schießt auf den, der ist Solo. Das ist der Mike von ihm. Headshot. Einer P. Pass auf, ich geh auf Darko. Dann hab ich ihn. Der ist echt einer. Ich hoffe. Pass auf, dass dein Kollege noch, Bro. Rechts war sein Kollege, der ist nicht Solo. Der ist nicht Solo. Ja. Ey, nein. Nein, nein. Es geht gar nicht. Der haben Double. Brum Gun, ne? Brum Gun, ja. Brum Gun. Aber ich konnte gar nicht verlieren. Es geht gar nicht. Du musst weg. Wir treffen alles. Wir treffen alles. Die sind geriftet auf dich. Die riften auf dich. Die fliegen schon. Sind die wirklich geriftet auf mich? Ja, auf dich. Ich bin abgauen. Oh, die spielen Dings. Die spielen MK. Ich weiß nicht. Ich hör grad nix. Guck mal was die machen. Die holen dich, oder? Ja, da ist auch noch einer im Wasser hier vor mir. Okay. 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 Guck mal. Guck mal. Guck mal. Gegen so einen Leute verlieren wir, Bro. Die haben nicht einen Schuss treffen. Ich hab verkackt, ey. Der Wunder hab ich verkackt. Ich kann das nicht mehr, Digga. Gegen so einen Leute verlieren wir, die nicht einen Schuss treffen. Derукlimли. Guck mal. Guck mal. sie sind die anderen auf mich oder schießt die anderen auf mich jede runde 60 weit und ich sterbe ich bin immer reingegangen ich höre immer ich ich höre immer etwas gucken jaja das brot ich höre immer etwas gucken oder weil wir haben nachgeschaut es haben 30.000 glaube ich also teams letztes mal bei dem einen da waren glaube ich irgendwie 41.000 106 punkte leute das ist ja ich steck's nicht ich steck's nicht ich steck's nicht das ist das ist das ist scheiße das ist gar nicht aber das ist einmal camper cup rolls campen, verlieren die Inseln gegen drei gute. Der andere ist erst um 0 Uhr, Leute. Nee, den spiel ich nicht. Nee, Bro, ja, ich wollte gerade gucken, aber er ist um 0 Uhr, Bro, ich will nicht so lange wach bleiben. Scheiß drauf. Habe ich gar keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe gerade guckt, Bro. Oder ist noch einer früher? Nee, ne? NRAs kommt nächstes. Naja, 0-0 ist. Boah, 3000 sind die gerade mal, Leute. Ach, du Scheiße. Das ist doch beeindruckt. Ach, du Scheiße. Du Scheiße. Ja, ach, 17 Uhr hätte man schon zocken können. Ja, scheiße. Aber das hätte sich gespiegelt mit dem Europa Cup. Das ist das Problem. Deswegen macht das auch keinen Sinn, Bro. Macht das keinen Sinn, den um 17 Uhr zu spielen, weil das sich mit Europa kreuzt. Boah, Leute, heute bin ich gebrochen. Heute bin ich wirklich gebrochen, Leute. Das war gar nichts gewesen. Das war nichts. Ja, das geht schon. Das sind die Leute nicht so schwitzig. Teilnehmerurkunde verdient. Ja, das war nichts, Leute. Das war nichts. Scheiß drauf. Scheiß drauf, Leute. Also, wie wir auch gestorben sind, also. Wie wir auch gestorben sind, Leute. Das kann ich mir einfach nicht. Wir sind einmal gestorben von jemandem, der uns mit einer grünen Pump 200er-Pumps gibt. Äh, 200er-Headshots gibt. Einmal gestorben. Dann einmal, äh, dreimal vom Buschcampern. Das kann ich alles nicht mehr, Bro. Das kann ich alles nicht, Leute. Das ist ja absoluter Müll. Nee, aber ich spiele den nicht. Ich reiche mir auch, Leute. Ich gehe auf. Ich sage euch ehrlich. Ich schicke euch noch zu S4 rüber. Wenn der noch on ist. Aber ich bin heute gebrochen, Leute. Ich bin heute wirklich gebrochen. Das bockt nicht. Ja, S4 ist noch live, Leute. Ich schicke euch. Oh, 190 Punkte. Ich glaube, der kriegt sogar einen Skin. Geil. Leute, checkt gerne S4 ab. Nice stream. Nichts. Vielen Dank.